Herzlich willkommen mal wieder beim Eintracht Frankfurt Podcast. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Marvin. Hallo. Der Herr Dennis. Ja, Servus, hallo. Siehst du, das nenne ich schon Dennis, so bin ich schon aus der Übung. Der Duke natürlich. Ei, 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 ei. Da ist mir doch gleich die erste Sendung in der neuen Saison und gleich ein Fehler unterlaufen. Und die Patricia ist auch da. Hallo. So, es wird Zeit. Wir müssen mal wieder über die Eintracht und über Fußball reden. Wir müssen noch so ein bisschen mehr als eine Woche bis zum DFB-Pokalspiel und knappe zweieinhalb Wochen, bis es in der Liga dann auch gleich kräftig rangeht. Dann haben wir gedacht, jetzt wird es mal länger der Zeit, mal so ein bisschen auf die Vorbereitung zu gucken, was sich so an Transfers getan hat, was vielleicht noch so an Transfers gerüchtetechnisch im Raum steht. Und die Frage, ist der Kader gut genug oder was glauben wir, wo noch verstärkt werden muss. Aber natürlich starten wir ganz klassisch mit ein bisschen Housekeeping ein. Das ist die 13. Saison, in die wir jetzt hier rein starten. Und wir kriegen wahnsinnig viel Support von euch da draußen, von Jahr zu Jahr. Und das ist echt großartig, weil wir trotz der langen Zeit, die wir hier das Ganze machen, uns wirklich zu einem fast kompletten Teil allein von Unterstützung von euch Hörerinnen und Hörern da draußen unterstützen. Das ist wahnsinnig großartig. Und trotzdem glauben wir, dass da noch ein bisschen mehr geht. Bei im Schnitt so circa 11.000 Abrufen pro Folge haben wir so monatlich so circa 93 von euch da draußen, die uns unterstützen. Und wir würden uns einfach darüber freuen, wenn auch in dieser, wie gesagt, 13. Saison vielleicht noch der ein oder andere Unterstützer oder die eine oder andere Unterstützerin dazukommt. Weil, wie gesagt, wir das hier zu einem Großteil oder fast komplett allein durch euch finanziert machen können. Aber uns ist auch bewusst, dass es im Moment vielleicht die ein oder anderen Dinge gibt, die wichtiger sind als Fußball und wichtiger sind als unsere Spenden. Und dazu kommen wir später in den Empfehlungen nochmal genauer. Da kann ich dann noch ein bisschen erklären, was ich damit meine, weil wie der ein oder andere ja schon auf Twitter mich angeschrieben hat und festgestellt hat, ich sitze in diesem Hochwassergebiet quasi mittendrin und kann euch da vielleicht noch das ein oder andere erzählen. Und da ist definitiv aktuell wesentlich mehr Notwendigkeit an Unterstützung gegeben, notwendig. Kommen wir später dazu. Jetzt gucken wir aber erstmal auf die Eintracht und zwar auf die Transfers. Und lasst uns mal mit den Abgängen anfangen. Silver für geschätzte 23 Millionen, so richtig konkret weiß es keiner, außer Marvin hat irgendwie in geheimen Fußball 2000 Unterlagen oder Connections eine konkrete Zahl erfahren. Jedenfalls Silver für geschätzte 23 Millionen zum Dosenklub. Wie sehr hat euch das geschockt? Patricia, fang du doch mal an. Ja, also ich wollte erst die Gerüchte nicht an mich ranlassen. Das war ja schon so ein bisschen so, ach ja, keine Ahnung, die erkundigen sich. Und ich habe mir so gedacht, ja, nee, wahrscheinlich nicht. Das darf nicht wahr sein. Ich finde tatsächlich auch ganz schlimm, dass es ja halt, dass er in der Bundesliga bleibt und dann auch noch bei Leipzig. Das ist irgendwie immer, ich kann das halt überhaupt nicht leiden, wenn ich einen Spieler mag, wenn der Spieler irgendwie auch wichtig für mein Team war. Und dann sehe ich den noch die ganze Saison jedes Mal weiterhin. Und dann spielt er noch zweimal gegen die Eintracht. Das ist halt schon Horror. Dann noch in Form von Leipzig. Das ist sehr schwer zu ertragen. Und dann halt auch noch, dass man ja nicht so viel rausgeschlagen hat, wie man sich eigentlich erhofft hätte. Das kam ja dann ja auch so ein bisschen noch dazu. Ist ärgerlich, ist wahrscheinlich halt auch nicht anders machbar gewesen. Und letztendlich, klar, man hat trotzdem viel Geld verdient. Dass es aber halt dein Rekord-Torschütze war, den du jetzt für 23 Millionen oder wie viel hatten wir jetzt gesagt, was hängen geblieben ist. Ja, tut schon ein bisschen weh, wenn ich ehrlich bin. Und ich habe es auch versucht, ein bisschen zu verdrängen dann die letzten Wochen. Aber in dem Moment war es schon, auch wenn ich jetzt drüber rede und noch drüber nachdenke, ist es wieder, es macht mich sauer insgesamt. Ja, kann ich einfach nachvollziehen. Ja, es ist halt schon. Ich meine, ich glaube, am Ende läuft es auf über 23 Millionen hinaus. Dann wird es wahrscheinlich bei 25 landen. Ich meine, ehrlich gesagt sind auch 25 Millionen zu wenig für einen Spieler seiner Güte. Zweitbester Torschütze in der Bundesliga gewesen. Das darf man nicht vernachlässigen. Auch wenn wir die Corona-Saison erneut fast in einem, naja, Delirium-Zustand erlebt haben, wo wir vielleicht nicht hundertprozentig fokussiert waren. Oder, also keine Ahnung, aber ich glaube, so eine Bundesliga-Saison in Corona-Zeiten ist ja eher so ein bisschen, keine Ahnung, du bist nicht im Stadion, du nimmst es wahr, du bist für den Moment auch komplett gefangen. Aber dich interessiert es im Nachhinein ein bisschen weniger, als wenn du jetzt tagelang im Stadion, also wenn du im Stadion wachst und tagelang noch haderst. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist ein bisschen weniger. Deswegen war dieses Gefühl bezüglich Silver vielleicht nicht ganz so emotional, aber Fakt ist, da ist ein extrem brutaler Spieler weggegangen. Und naja, also der wird uns, und darüber werden wir gleich noch bei den Positionen, über die wir nochmal sprechen müssen, wegen Neuverpflichtung, der wird uns extrem fehlen. Und ich finde, ehrlich gesagt, was Patricia gesagt hat, die Tatsache, dass diese Person innerhalb Deutschlands gewechselt ist, das ist scheiße. Ja, ich glaube tatsächlich, es wäre angenehmer gewesen, wenn er jetzt einfach irgendwie ins Ausland gegangen wäre, wieder, was weiß ich, Richtung Italien oder in die Premier League, das hätte man wesentlich einfacher verkraften können. Ja, vor allem mit einem Abgang hat man ja gerechnet irgendwie schon. Das hat sich ja schon so aufgebaut und man hat sich ja irgendwie schon innerlich so verabschiedet und dachte sich, okay, gut, er wird halt gehen und der wird uns fehlen, sportlich, das wird auf jeden Fall passieren. Ja. Dass man dann jetzt noch ertragen muss, dass er bei Leipzig ist, das, ja, das hatte ich eigentlich erst nicht mit einkalkuliert und muss jetzt erst mal damit klarkommen. Ich glaube, das waren auch zumindest, was ich so an Kommunikationen mitbekommen habe oder an Diskussionen mitbekommen, waren das halt tatsächlich auch so die zwei großen Aufregerthemen. Zum einen, wohin er gewechselt hat und zum anderen, die erwarte oder eigentlich viel zu gering erwartete oder tatsächlich durchgeführte Ablösesumme. Also man hat einfach erwartet, dass da wesentlich mehr geht. Und da habe ich auch die verschiedensten Gerüchte gehört, warum es nachher nur diese 23 Millionen geworden sind. Ja, erklär mal, erklär mal, weil das ist nämlich wirklich was, ich habe da auch ja viel gehört und dass der Berater dann alles, was über eine gewisse Summe ist, einstreichen, weil er an dem Leipzig nichts verdient hat und so weiter. Genau, das war ja am Ende das, was sich tatsächlich irgendwie so am meisten irgendwie durchgesetzt hat. Wie gesagt, es gibt keinerlei Beleg dafür, aber Aussagen, die man an verschiedensten Stellen relativ parallel gefunden hat, war eben diese Aussage, dass man sich damals in diesem Leipzig-Wechselthema, weil man eben damals nicht so viel Handgeld oder was auch immer bezahlen konnte, man ihm zum einen eben eine Ausstiegsmöglichkeit ab einem gewissen Volumen quasi gegeben hat und aber auch mit dem Berater, weil man damals anscheinend nicht so viel Geld hatte, um ihm das irgendwie zu geben, vereinbart hat das, wenn das über eine gewisse Summe oder scheinen eben diese knapp 23 Millionen zu sein, alles, was da drüber hinausgeht, sowohl an seinen Berater als auch an den Berater von Rebic irgendwie zu jeweils gleichen Teilen laufen. Das scheint so das Thema zu sein, was sich am meisten da jetzt irgendwie manifestiert hat. Ob das jetzt tatsächlich so ist, weiß ich nicht. Aber tatsächlich ist es schon so, dass er die Option halt gezogen hat. Das hat ja auch Crash gesagt und dementsprechend gab es dann halt eine relativ festgeschriebene Summe, die im Endeffekt natürlich uns jetzt auch, im Endeffekt haben wir 20 Millionen plus gemacht. Also ich meine, ich glaube, die Einer hat damals roundabout drei Millionen gezahlt für ihn in dieser verworrenen Thematik mit Rebic, was da für ein Kuhhandel passiert ist. Am Ende lässt sich das damit auch gar nicht mehr so wirklich nachvollziehen. Aber klar, die Eintracht hat damals, ich sag mal so, circa drei Millionen bezahlt und das Gewinngeschäft ist trotzdem mit 20 Millionen, die wir dann rein auf unserer Seite haben und sehr, sehr vielen Toren, die er in der letzten Saison geschossen hat, die der Eintracht auch zu einem großen Erfolg geführt haben. Im Endeffekt, dass wir wieder europäisch unterwegs sind, wo ja maßgeblich daran beteiligt sind. Womit ja auch Geld in die Kasse kommt. Genau, ich hab mit der ganzen Thematik grundsätzlich keine Probleme. Selbst das Finanzielle könnte man einigermaßen verstehen, aber die Kombination zwischen Finanziellem und halt innerhalb der Bundesliga. Ich glaube nicht, dass ein Silver eine zweite Saison spielt, wie er die letzte gespielt hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin gespannt, wie das Konstrukt, was für ich fast ein bisschen wackelig ist von Leipzig, sich neu unter Jesse Marsch aufstellt. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass es bei weitem nicht so gut ist, wie man das unter Nagelsmann kennt. Vielleicht ist es sogar viel besser, könnte es auch sein. Kann auch sein, dass man mich Lügen straft, aber muss er erstmal beweisen. Ich finde es halt bitter, dass er leider potenziell gegen die Eintracht-Tore schießen kann. Das hätte man leider auch anders regeln können, aber irgendwie war der Markt ansonsten offenbar ja nicht da. Eine schöne Aussage, die ich damals gelesen habe, war, er wechselt zu einem direkten Konkurrenten. Finde ich natürlich dann, muss man sagen, an sich ein bisschen hochdrabend. Auf der anderen Seite, klar, es ist ja trotzdem irgendwie, ich bin da voll bei euch. Patrizia hat da voll mir aus der Seele gesprungen. Es war im ersten Augenblick erstmal so, oh nee, da bin ich voll bei euch. Wenn der ins Ausland gewechselt hätte und auch für die Summe, irgendwie kann man mit leben, aber dann auch noch zu diesem unsympathischen Klub, dann ablöse, alles kommt zusammen. Trotzdem muss man wirklich sagen, und das ist genau Marvin, da hast du was Schönes gesagt. Am Ende muss man sagen, wir haben alles richtig, mit dem Deal generell ist alles richtig gelaufen, weil du hast gut Geld verdient, du hast einen Topspieler hier. Schade, dass wir ihn im Endeffekt nicht richtig frenetisch feiern konnten im Stadion und so weiter. Das wäre natürlich nochmal eine richtig geile Nummer gewesen, weil so ein Kaliber wieder zu bekommen. Und da sind wir uns glaube ich alle einig, für die geschätzten 23 Millionen wirst du einfach nicht diese Möglichkeit haben. Und ob das dann im Endeffekt überhaupt stattfindet, darüber reden wir ja sicherlich dann im Laufe der Sendung noch ein bisschen. Trotzdem ist es einfach sehr, sehr schade. Ich hätte ihn sehr gerne auch mal aus einem 40er im Endeffekt angefeuert und richtig hier die Tore mit bejubelt. Dazu wird es wohl so in der Art nicht mehr kommen, sondern es wird eher, ja ich, wie gesagt, es ist eine blöde Geschichte. Es ist im Endeffekt was, was zum Glück jetzt auch schon ein paar Tage her ist. Deshalb können wir ein bisschen emotionsloser drüber sprechen. Marvin, du hast vorhin glaube ich auch schon was gesagt. Es wäre wahrscheinlich auch anders gewesen, wenn wir mit dem Stadion gewesen wären, wenn wir die Tore live miterlebt hätten. So ist tatsächlich ein bisschen der Emotionsdämpfer drin. Aber Hauptsache, wir machen jetzt was draus und lassen nicht einfach, okay, dann ist halt Silva weg, dann macht das jemand anderes aus dem bestehenden Kader, weil das wird glaube ich schwierig. Aber gut, gucken wir mal. Ja gut, der Kader hat sich ja seit dem Silva-Abgang auch an der einen oder anderen Stelle noch ergänzt. Können wir ja gleich drüber sprechen, ob wir glauben, ob da schon der neue Spitzenmann in der Offensive drin ist oder nicht. Zweiter Abgang, der tatsächlich weniger überraschend. Frederic Renaud hat die Eintracht verlassen, ist zur Union gegangen. Ich glaube, das war zumindest für mich relativ klar zu erwarten, weil ich jetzt nicht gedacht hätte, da sei noch ein weiteres Jahr hier einfach die Nummer zwei macht. Er hat auch mehr Ansprüche gehabt. Wir hatten ja damals schon drüber gesprochen, mit dieser dann doch kurzfristigen Trab-Verpflichtung. Finde ich, ist Union auch okay oder ist auch ein guter, obwohl er da in der Liga bleibt, hat er glaube ich mit Union auch eine gute Wahl getroffen. Ich glaube, das passt auch irgendwie so zusammen, oder? Ist er da zu eins geworden oder soll er da zu Nummer eins werden? Ist nicht fest, aber ich glaube, er hat dort eher eine Chance, sich durchzusetzen, als er es bei uns gehabt hätte. Also ich habe, so wie ich das verstanden habe, hat er nicht die feste Zusage, da die Eins zu sein, aber er hat zumindest, wenn ich das in einem Interview richtig in Erinnerung behalten habe, dass er den Kampf um Platz eins da einnimmt gegen Lute, ist glaube ich der Zweite, ne? Ja, ich glaube auch Lute hat das ja ganz gut gemacht, bis dato. Ja, aber ich finde auch, Renault ist halt ein sehr, sehr guter Torwart eigentlich. Also vor allem auch für einen Verein wie Union, also so im Mittelfeld, manchmal auch Ambitionen nach oben, ist das schon ein guter Torwart einfach und ich kann mir auch vorstellen, dass er das angreifen kann. Also ich hoffe es zumindest, weil ich würde es ihm wünschen. Ich finde, er hätte es mal verdient, wirklich auch die Nummer eins in einem Bundesliga-Verein zu sein, weil er das Talent hat. Klar kommt dann auch wieder dazu, dass er halt oft verletzt ist und ich hoffe einfach, dass er das mal durchhalten kann, ohne sich irgendwie wieder, wenn er sich gerade reingekämpft hat, eine Verletzung zuzuziehen, weil dann kann er es auch schaffen, glaube ich. Also ja, nicht überraschend, dass er geht, aber ich finde es trotzdem irgendwie auch schade, einfach aus egoistischer Sicht, weil das einfach ein top zweiter Torwart war. Der ist eigentlich schon zu gut, um zweiter Torwart zu sein. Ist es. Ist aber halt als Fan für dich ja gut. Also du weißt, wenn Trapp verletzt ist, habe ich jetzt irgendwie keine Bauchschmerzen, weil ich weiß ja, dann steht halt Renault im Tor, ist für mich auch gut. Ja, aber klar, dass das auf Dauer so nicht geht, ist natürlich auch verständlich. Aber ich war sehr, sehr froh, ihn zu haben eigentlich. Vor allem auch, dass er immer wieder deutlich gemacht hat eigentlich, dass er unzufrieden ist, aber das auch nie raushängen lassen hat. Und das kann man ihm ja eigentlich nur zugute heißen. Und dann haben wir auch einfach gute Spiele gemacht. Also wenn er dann gespielt hat nach dem Anfang, der unglücklich war, und wenn er dann bei der Eintracht war, war das durchaus in Ordnung. Ich glaube, dass er durchaus eine realistische Chance hat, Nummer eins zu werden. Ich finde es ja ganz lustig. Ein anderer dänischer Kollege von ihm, der Jakob Busk, ist ja auch bei Union. Da könnte dann dritter Torhüter sein. Ich glaube nicht, dass sie zusammengespielt haben, aber beide AC Horsens in der Vergangenheit gehabt. Also irgendwie ganz cool. Ich glaube, da findet er sich zurecht. Andreas Lute ist keine unbezwingbare Hürde. Und wenn es Frederic Renaud schafft, der ja eher Freddy genannt wird gerade bei Union, wenn er es jetzt schafft, mit 28 zum Stammteuter zu werden, dann kann er da auch echt mal sechs Jahre runterrocken. Ich glaube, er ist auch ein Ticken jünger als Lute, oder? Mich, das ich im Kopf habe. Ja, ja, klar. Also Freddy Renaud ist 28 und Lute ist, glaube ich, dürfte. Boah, lass mich nicht 34 sein oder sowas. Ja, okay. Also jedenfalls schon ein Stück über 30. Klar, Lute hat halt viel Erfahrung, aber. Bei Torhütern ja kein Alter ist. Wir sehen es ja bei Buffon, der ja, glaube ich, mit irgendwie mittlerweile 53 immer noch spielt. Aber, ja, aber ich glaube, bei allem Respekt, Lute ist kein Buffon. Definitiv nicht. Definitiv nicht. Aber von daher weniger, wenig überraschend. Und ja, aber ich kann Patrizias Punkt verstehen. Man hat sich auf jeden Fall sicherer gefühlt, wenn man jetzt tatsächlich mal die Situation hatte, dass Trapp vielleicht nicht spielen konnte, dann da ein Renaud im Tor zu haben. Aber können wir ja gleich auch nochmal drüber sprechen. Ob wir uns denn da ausreichend ergänzt fühlen, weil auch bei den Zugängen haben wir ja auch einen Torhüter mit dabei. Und das waren sie tatsächlich auch schon, die Abgänge bis hierhin. Und dann können wir auch quasi direkt über die Zugänge sprechen. Fangen wir doch auch da wieder mit dem Stürmer an. Rafael Santos Boré, Mittelstürmer, ablösefrei von River Plate. Hat aber auch schon ein bisschen Erfahrung, zumindestens in Europa gesammelt. War ja mal eine Zeit lang in Spanien auch unterwegs. Ist das jetzt tatsächlich ein vollumfänglicher Silversatz, Dennis? Du hast vorhin gesagt, haben wir jetzt den neuen Top-Stürmer schon damit in den Reihen oder nicht? Oh, das ist tatsächlich, also ich kann es tatsächlich überhaupt nicht einschätzen. Ich würde sagen, es auf jeden Fall hat er Potenzial. Aber dafür habe ich einfach zu wenig von ihm gesehen, weiß zu wenig von ihm. Ich glaube, vom Spielertypus her ist er ja relativ klein. Er ist ja nur, ich glaube, ein bisschen mehr als 1,70. 1,74. Das ist natürlich ein anderer Spielertypus. Das ist keine Kante, die da vorne drinsteht. Das wird schwierig. Also muss man schauen, inwieweit er ein voller Ersatz sein kann. Ich hoffe natürlich noch auf einen weiteren Transfer. Aber gut, schauen wir mal. Wie sieht es denn bei euch aus? Seid ihr denn zufrieden mit dem Transfer? Ja, also grundsätzlich finde ich das eine super Nummer, dass wir den ja auch ablösefrei bekommen haben. Raphael Borre, der jetzt dann auch zuletzt, glaube ich, auch bei der, wer ist der Copa Libertadores, unterwegs war, dort dann auch gespielt hat. Ich finde es ganz spannend. Ich würde nicht behaupten, dass er jetzt alles zwingend weggerockt bei uns. Er hat natürlich auch bei Atletico gewisse Tor-Ladehemmungen gezeigt. Ist nicht ein krasser, krasser Goalgetter, ist aber trotzdem, kann sehr, sehr wertvoll für dieses Spiel sein. Ich finde es mit 25 in einem echt guten Alter, allein die Tatsache, wie gesagt, dass wir ihn ablösefrei bekommen haben, ist eine super Nummer. Und da muss man dann tatsächlich zustoßen. Im Endeffekt, egal ob, egal ob das jetzt uns, wie sag ich mal, auf 15 Tore weiterbringt oder ob er der Spieler ist, mit dem jemand zusammenspielen kann, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Denn für mich ist er definitiv nicht die einzige Nummer im Sturm. Da muss noch was passieren. Aber dass wir ihn geholt haben, allein um jetzt auch mal ein bisschen da vorne ein bisschen Futter für was Neues zu haben, finde ich auf jeden Fall eine stabile Nummer. Abgesehen davon, ja genau, Patrizia. Ja, sehe ich ähnlich. Also ich wollte dir eigentlich nur zustimmen. Vor allem halt ist ablösefrei, der hat ja auch einen Marktwert von laut Transfermarkt.de 17 Millionen. Das ist halt einer der teuersten ablösefreien Spieler, die halt auf dem Markt waren, dass man dann so einen bekommt. Und vor allem, was mir Hoffnung macht, ist, dass die River Plate Fans waren ja so bei sozialen Medien ein bisschen angesäuert. Also man hat schon gesehen, unter Eintracht-Beiträgen waren die unterwegs und wenn das den Fans irgendwie nahe geht oder die das Gefühl haben, irgendwie sauer sein zu müssen, dann merkt man schon, dass es ein wichtiger Spieler war. Also es war keiner, wo sie sich denken, ja, egal, dass der weg ist, sondern irgendwie hatten sie ja das Gefühl, sie müssen dazu jetzt was sagen oder den neuen Verein irgendwie beleidigen oder was auch immer. Das ist immer schon ein gutes Zeichen eigentlich. Von daher, ich glaube, man muss sich ein bisschen davon lösen, das so als Silver-Nachfolger oder Ersatz immer zu betiteln. Erstens ist das, glaube ich, eine unfaire Bürde schon für ihn, die er da bekommt. Und zweitens kann man es, glaube ich, auch nicht so gut vergleichen. Also Silver war ja schon eigentlich etabliert in Europa. Er hatte halt ja so seine Schwierigkeiten, ist dann wieder zurück nach Südamerika gegangen und kommt jetzt nochmal nach Europa. Das ist, glaube ich, einfach schwer zu vergleichen. Dazu, wie Dennis gesagt hat, ein komplett anderer Spielertyp. Von daher bin ich da offen, weiß tatsächlich ja noch nicht so viel über ihn, weiß auch nicht, wie das funktionieren wird. Das werden wir ja dann sehen, aber bin da erstmal offen. Ich meine, vor allem ablösefrei, was willst du falsch machen? Und dann halt auch ein Spieler, der ja auch einen gewissen Wert hatte, den hat er ja nicht umsonst. Also deswegen ist das, glaube ich, schon mal ein ganz guter Deal. Das ist doch genau das Wichtige, dass er auf jeden Fall schon gezeigt hat, wie gesagt, die River Plate-Fans, die waren nicht zufrieden. Die haben sich nicht gefreut. Und der Marktwert, der ja dann bei ihm nochmal in die Höhe geschnellt ist, der ist durch die gute Saison bei River Plate ja auch noch. Das ist ja, es hat ja einen Grund, warum er jetzt so einen krassen Marktwert hat, ob jetzt die 17 Millionen wirklich gerechtfertigt sind oder im Endeffekt ein nebulöser Wert sind. Das wissen wir nicht genau. Fakt ist mir scheißegal. Den haben wir ja trotzdem ablösefrei bekommen. Da wird ein bisschen Handgeld bekommen, haben alles gut, schön. Aber wir haben da einen Spieler, der schon Erfahrungen in Europa hatte, das nicht hundertprozentig geklappt hat, aber zumindest halt auch bei River Plate, bei einer relativ starken argentinischen Liga, gezeigt hat, dass er es drauf hat. Und im Endeffekt, der wird uns helfen. Ich finde es cool, Südamerikaner nochmal zu haben. Und alles andere müssen wir abwarten, aber es ist auf jeden Fall dafür für ablösefrei, eine stabile Nummer. Und du hast ja eben genannt, also ich meine, ansonsten haben wir ja von der Verlustseite waren ja keine A-Abgänge noch dabei. Du hast ja eben schon gesagt, Silver war der einzige, sag ich mal, A-Abgang mit vielleicht Rönner noch. Die anderen waren alle nicht so ganz so. Ich meine, andere Teuter oder so, die gegangen sind. Aber im Endeffekt sehen wir ja jetzt, dass wir, trotz der Tatsache, dass wir mit Silver jemanden abgegeben haben, niemand redet tatsächlich aktuell über Jovic. Sollten wir Jovic wieder zurückholen oder so, der hat am Endeffekt vielleicht doch nicht so überzeugt in der Rückserie. Also ich glaube, da sind wir mit Bore auf jeden Fall auf einer stabilen Nummer und gucken jetzt, wie es weitergeht. Ja, spannend wird es ja auch sein, in welchem Spielsystem er dann da auftreten wird. Und da können wir ja gleich auch nochmal ein bisschen drüber sprechen. Aber es ist, glaube ich, tatsächlich etwas, wo man erstmal wenig falsch machen kann. Und wir hatten ja auch in der letzten Saison schon gesagt, die Eintracht muss halt auch irgendwie so ein bisschen Werte schaffen. Und wenn dann ein Spieler, der zumindest dort mit solchen Summen gehandelt wird, den du halt ohne Transferablöse da halt jetzt bekommen hast. Und selbst wenn du ihn dann eben nur für einen Bruchteil verkaufst, hast du zumindest irgendwie wieder Geld in die Kasse reingebracht. Schauen wir mal. Dann die zweite Verpflichtung, die, glaube ich, tatsächlich ja dann kurz danach, weil ich das richtig im Kopf habe, ist Jesper Lindström für geschätzte sieben Millionen. Da wird auch nichts Konkretes gesagt. Der von Brent BEF kam, der sowohl im offensiven Mittelfeld, als auch als hängende Spitze, als auch auf so offensiver linken Mittelfeldposition, links außen irgendwie so ein bisschen spielen kann. Ist das für euch dann jetzt eher der Ersatz für Kamada, der ja quasi abgangsmäßig gerüchtigt wird? Oder ist das dann eher so der Ersatz für einen Kostic, der ja ebenfalls auch nochmal gerüchtet wird, über den wir gleich nochmal reden? Patricia, wo würdest du den eher hinsetzen? Für einen Kostic nicht irgendwie. Also ich sehe den wenn dann schon eher auf der Kamada-Position. Also er ist ja irgendwie flexibel im offensiven Mittelfeld einsetzbar. Ist aber irgendwie auch vom Typ, also der ist ja noch sehr, sehr dünn. Also ich weiß nicht, Körperlichkeit, ich habe ein paar Videos gesehen, da hat er sich tatsächlich auch durchgesetzt, obwohl er sehr, sehr schmal ist. Also kann das schlecht einschätzen, aber es ist ja wie Kamada, der kam ja auch sehr, sehr, sehr körperlich unterlegen, sage ich mal hier zu Eintracht. Hat sich dann doch noch gemacht, von daher würde ich ihn vielleicht auch tatsächlich dort eher sehen. Ja, ich weiß jetzt halt natürlich noch nicht so viel über ihn, aber ich habe das Gefühl, also ich habe mir das so ein bisschen angeschaut und auch jetzt so Highlights aus den Testspielen ein bisschen. Und ich finde, er lässt, wie im Übrigen auch die anderen Talente, zu denen wir vielleicht noch kommen, die die Eintracht geholt hat, schon so ein bisschen erkennen, zumindest was die Eintracht in ihm gesehen hat. Also ich finde, man sieht schon so diese Ansätze, gefällt mir tatsächlich sehr gut, muss man natürlich sehen, inwiefern, wie schnell sich das als Bundesliga-Reife dann auch durchsetzen wird oder eben nicht. Ich weiß nicht, ob es noch eine Laie gibt, ob er direkt bleibt, aber ich würde, glaube ich, also als Kosticersatz sehe ich ihn gar nicht irgendwie, vor allem auch nicht, weil ich jetzt nirgends gehört hätte, dass er irgendwie Verteidigerqualitäten hat. Und wenn, sagen wir mal, wir bleiben bei dem System und Glasner macht nicht irgendwie Viererkette, was auch immer, dann ist er wahrscheinlich auch einfach kein Linksverteidiger. Deswegen ist er bestimmt irgendwie auch vor allem hängende Spitze. Ich schätze mal, er ist einfach im zentralen offensiven Mittelfeld eher zu Hause dann. Ja, auf jeden Fall. Also, letztlich Jasper Lindström wird im offensiven Mittelfeld agieren, potenziell als vielleicht Nachfolger für Kamada, falls er den Verein wirklich verlassen sollte. Da wissen wir ja auch momentan nichts. Da gibt es ein paar Sachen, die im Raum stehen. Oder auf der Junis-Position, oder? Ja, oder leider vielleicht auf der Junis-Position. Du hast vollkommen recht. Darüber müssen wir vielleicht auch nochmal gleich reden. Das wäre natürlich bitter. Könnte aber tatsächlich passieren. Also, offensives Mittelfeld ist ein Ding, klar. Hat auch mal linksaußen gespielt. Also, das heißt, zur Not könnte er diese Position auch bekleiden. Hoffe ich ehrlich gesagt nicht. Aber wie gesagt, das ist durchaus möglich. Das Geile ist, dass ich schon merke in den Testspielen, dass der einen krassen Zug zum Tor hat. Der hat Bock. Der bietet sich jetzt schon so auf einem Niveau an, dass ich sicher bin, dass der nicht verliehen wird, sondern ganz im Gegenteil. Dass der eher, also, dass es da wirklich eine Sache ist, der wird zu den 13, vielleicht 14 Spielern gehören, die regelmäßig spielen. Hoffe ich sehr. Man merkt, dass der da guten Zug hat. Und ich glaube, das ist vielleicht bislang für mich der Top-Transfer, weil ich merke, mit welcher Leichtigkeit er auch in dem Ballbesitz hantiert, wie leicht er mit dem Ball umhergeht und welchen Zug zum Tor er hat. Also, das sieht sehr, sehr fein aus. Mal gucken, für wen er der Ersatz ist. Der hat auch schon sieben Millionen gekostet. Also, das ist ja auch immer schon so ein Anzeichen darauf, dass das vielleicht schon ein fortgeschritteneres Talent ist, sagen wir mal so. Also, dass der vielleicht auch schon Ambitionen hat, hier direkt durchzustarten und irgendwie nicht noch eine Zwischenstation irgendwo einzulegen. Das habe ich auch gedacht, Patrizia. Dann habe ich aber wieder an Jovelic gedacht, den wir auch für vier oder viereinhalb Millionen damals aus Belgrad geholt hatten, was natürlich jetzt keine sieben sind. Aber den hatten wir ja auch sofort eigentlich dann in der Nachfolgesaison, oder? War das sogar noch in der Saison, in der Rückrunde? Ich weiß es gar nicht mehr. Der wurde ja auch relativ früh dann verliehen. Oder? Wechsle ich da jetzt was? Nee, nee. Also, ich weiß auf jeden Fall. Nee, der wurde eine Saison später dann verliehen, glaube ich. Ah, erst eine Saison später. Okay, haben wir dem eine ganze Saison gegeben. Na, aber ich weiß ja, dass wir Sommer 2019 dann gestartet sind, in der Euroleague-Quali und er dann unter anderem auch getroffen hat, als wir in Lettland waren. Ich glaube, ja, genau. Da hat er dann getroffen, hat er in der Saison wirklich relativ wenig gespielt, immer mal reingekommen und ist dann ein Jahr später verliehen worden. Er ist einer der Spieler, die uns wahrscheinlich potenziell noch verlassen könnten, wenn wir gerade dabei sind. Also, es war wirklich ein guter Spieler, der Anfang 2020 dann erst zu Anderlecht gegangen ist. Da hat es nicht so geklappt. Aber es war in der Winterpause. Also, da hat Dennis schon recht. Wir haben ihn im Januar erst an Anderlecht verliehen und dann in der nächsten Saison dann an den Wolfsberger AC. Genau, in der nächsten Saison. Und da ist er ja durchgestartet. Also, die Bundesliga-Saison beim Wolfsberger AC war ja, kann man schon sagen, sehr, sehr erfolgreich durch jedes zweite Spiel ein Treffer. Aber ich glaube, das ist schon gut. Und da hat er sich für höhere Aufgaben empfohlen, aber offenbar vielleicht wirklich nicht bei der Eintracht. Ja, schauen wir mal. Das ist ja auch so ein Abgang, der noch so ein bisschen irgendwie im Raum steht. Vielleicht ist das halt tatsächlich eher dann einer ... Er war ja sogar freigestellt und war ja jetzt gar nicht mehr da. Er war, glaube ich, in Amerika. Genau, er war jetzt für Verhandlungen freigestellt und er scheint eben so in Richtung LA Galaxy in die MLS ihn zu ziehen. Aber war der nicht bei Media Day dann doch wieder da? Gab es nicht irgendwie Bilder von ihm dann noch wieder bei der Eintracht zuletzt? Aha, okay. Ich weiß es aber nicht, ob ich mich jetzt täusche, ob das ältere Bilder waren. Ich habe es nur bei Twitter durchgescrollt. Also, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich hatte das Gefühl, er war dann doch wieder da. Und dann hat man gedacht, was ist jetzt mit diesem LA-Wechsel? Also, hat sich das zerschlagen? Also, nur weil der jetzt ja für Verhandlungen da ist, heißt es ja nicht, dass der quasi direkt da bleibt. Ja, ja, aber ich weiß halt nicht, wann ist er hin, dann kam er zurück. Vielleicht ist er auch einfach nur wieder da und wartet jetzt auf weitere Schritte oder wie auch immer. Genau, das weiß der in dem Moment nicht. Aber er war definitiv beim letzten Testspiel freigestellt. Genau. Und der Media Day war ja eh schon vor zwei Wochen. Also, ich glaube, insofern gibt es da eine zeitliche Differenz. Und, also ich glaube, der Media Day war dürfte am 14, 15 oder irgendwas gewesen sein. Und danach war das Testspiel und da war er freigestellt. Und mal gucken, wir müssen alles abwarten. Im Endeffekt finde ich es tatsächlich ein überraschender Move, wenn er wirklich nach England, äh, in die USA gehen sollte. Weil, naja, du bist immer ein bisschen außerhalb des Fokus, ne? Ich glaube, also, finanziell dürfte das okay sein. Weiß halt nicht, ob man das machen will. Andererseits ist es, wenn, dann ein ziemlich guter amerikanischer Verein. Muss man abwarten, wird es mit einem weinenden Auge auf jeden Fall sehen. Aber gerade da vorne haben wir tatsächlich einige Spiele, die ähnliches Kaliber haben und sogar auch schon in der direkten Bewertung von Klaassen ein bisschen weiter sind. Wenn ich mir angucke, wie ein Ali Ackmann, der jetzt ein halbes Jahr mit der Eintracht mittrainiert hat, aber tatsächlich wenig, logischerweise nicht spielen konnte, jetzt aber schon Gas gibt in der Vorbereitung und im Training, jetzt aktiv und präsent ist, dann muss ich fast sagen, glaube ich, dass Ackmann ein bisschen weiter vorne ist. Wir haben mit Drang nach Aache beispielsweise noch jemanden, der jetzt gerade bei Olympia ist und da Tore erzielt. Wahrscheinlich wird es vielleicht echt eng für Dejan Jovelic. Ich weiß nicht. Ja, du hast halt aktuell relativ viele gleiche Spielertypen. Also du hast alles eher so, ja, klein jetzt nicht so unbedingt, aber sagen wir mal so, nicht ganz so riesenhaft, eher so ein bisschen wuselig, vielleicht auch eher so ein bisschen technisch. Was du halt überhaupt nicht hast, ist halt irgendwie so ein Riesentyp da vorne drin, gerade auch für unseren Spielstil, der ja einfach auch mit Dank Kostic mit immens vielen Flanken arbeitet, fehlen dir gerade da vorne so ein bisschen den Abnehmern. Ich glaube, da wird er dann, auch wenn wir viele Spiele machen, gefühlt gerade nicht so viele Einsatzzeiten bekommen. Von daher wäre ein Wechsel für mich absolut nachvollziehbar. Er wird uns aber halt auch nicht Millionen mehr jetzt in die Kasse spülen, sondern das Ding wird wahrscheinlich zu so einem relativ gleichbleibenden Level einfach durchlaufen. Ja, also Ache ist halt nicht so klein, ne? Ist irgendwie über 1,80 zumindest. Aber ansonsten, ja, muss man halt auch überlegen, Kostic kann die Flanken ja auch flach reinspielen. Also hat er jetzt bei den Testspielen ja auch gemacht. Könnte vielleicht auch so klappen, aber ich glaube auch, vielleicht, da wird bestimmt, wir kommen ja später noch drauf, wahrscheinlich auf die Baustellen, aber da wird im Sturm eventuell auch noch was passieren, schätze ich mal. Weil ansonsten sind ja wirklich Mowee und Ackmann sind ja relativ klein. Ja, Paciencia haben wir noch. Der ist auch über 1,80. Also Kopfball stark ist er ja, das muss man ihm lassen. Das hat er ja, der hat ja eine Zeit lang nur mit dem Kopf die Tore gemacht. Das ist korrekt. Stimmt, ja. Ja, muss man auch schauen, wie sich das entwickelt. Da habe ich aktuell gar kein Gefühl. Also ich weiß nicht, wird der ins Schaufenster gestellt, wird der angeboten oder schaut sich Glasner den jetzt nochmal an? Ich habe keine Ahnung, tatsächlich. Kommen wir gleich zum, wenn wir nochmal so ein bisschen zu dieser Baustellenfrage kommen. Und dann haben wir ja noch einen dritten Neuzugang. Jens Kral als zweiter, dritter Torwart, können wir gleich mal klären, vom VfB Stuttgart zu uns gekommen. Ist er der direkte Renault-Ersatz oder ist er dann eher Nummer drei und wird dann Nihant Ramadzai der tatsächliche zweite Torhüter? Marvin, Torhüter ist auch deine Spezialdisziplin. Definitiv Nummer drei, würde ich sagen. Und Jens Kral ist natürlich Wandel zwischen den Zeilen, würde ich sagen. Und es ist auch vollkommen in Ordnung, dass Jens Kral als langjähriger, erfahrener Bundesliga, auch zweiter Torhüter, weiterhin in diese Position einnimmt. Ich glaube, es ist gut im Training, jemanden erfahren wie Jens Kral zu haben, zusammen mit Kevin Trapp. Und ich habe die Hoffnung und das Gefühl, dass Dian Dramay, der ja so ein bisschen als potenzieller, ja, wie soll ich sagen, potenzielles Talent zur Eidracht geholt wurde, an den beiden wächst und dementsprechend als Nummer zwei herangezogen wird. Man muss ja sagen, die Eidracht hat ja immer wieder Torhüter, Torhüter-Talente in den eigenen Reihen. Die haben dann regelmäßig die Flatter gemacht. Mit Marvin Schwäber hat es tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert, der jetzt anderweitig Stammtorhüter ist. Hätte man vielleicht auch darüber nachdenken können, ihn wiederzuholen. Aber nur, wenn es eine Stammposition gegeben hätte, die war jetzt aktuell nicht frei. Aber mit Elias Börtner und Markus Schubert sind zwei Torhüter weg, die jetzt natürlich diese Lücke ein bisschen reingerissen haben. Aber ich glaube, wir schaffen das mit diesen Neuerwerbungen. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob vielleicht wirklich Dian Dramay wirklich mal zum Einsatz kommt. Natürlich bei Testspielen ist es immer so, das ist so ein Muster ohne Wert. Aber ich bin jetzt überhaupt nicht bange, diese drei Torhüter jetzt im Tor zu haben. Jens Gral, Dian Dramay und halt natürlich Kevin Trapp. Wenn Kevin Trapp seine Leistung wieder ein bisschen stabilisiert, dann wird das auch gut. Ich glaube, in dieser Reihenfolge wird es dann laufen. Wenn der Profi das sagt, dann... Ja, das sehe ich ähnlich. Ja, ich weiß gar nicht, hat jemand gerade angefangen zu reden? Sonst würde ich euch... Nee, nee, sag, sagt Patricia, sag. Nee, aber ich sehe es auch ähnlich. Ich glaube auch, dass Dramay tatsächlich dann eher die Nummer zwei wird. Einfach auch schon aufgrund des Alters ergibt es ja auch Sinn, dass man den sich irgendwie heranzieht. Hab jetzt auch klar, Testspiele ist immer so eine Sache, wie Marvin schon sagte. Das ist jetzt auch nicht überzubewerten, aber hab auch nicht so viel gesehen. Hab aber hören dürfen, dass das wohl auch... Also, dass Dramay wohl auch echt nicht so ein schlechter Torwart ist einfach. Und das kann echt was werden. Und dann halt klar, Kevin Trapp, das ist mir auch nochmal ein Anliegen zu sagen, dass mir das richtig auf die Nerven geht, dass er wirklich echt viel zu viel Kritik abbekommt. Ich kann das nachvollziehen, dass man sagt, hey, das war keine gute Leistung, das ist auch alles in Ordnung. Wir kennen auch mittlerweile alle seine Schwächen. Er lässt gerne mal den Ball nach vorne prallen statt zur Seite. Die Abschläge kommen nicht so perfekt auf Spieler. Klar, wir kennen das, aber ich finde es aktuell auch wieder, auch nach Testspielen, ja, das war eine katastrophale Leistung. Okay, das war ein Testspiel und er kam gerade aus dem Urlaub. Der hat Bundesliga, EM, hat dann irgendwie ein, zwei Wochen Urlaub gemacht und kam zurück. Natürlich ist er noch nicht auf der Höhe. Ich glaube, da sollte man jetzt erst mal wieder ein bisschen ihr müsst kein Fan von Kevin Trapp sein und Kritik ist berechtigt, aber ich finde, das geht oft auch schon irgendwie zu weit und ich verstehe bis heute nicht, warum, weil ich tatsächlich finde, dass das ein sehr, sehr guter Torwart für die Eintracht ist, auch mit Blick auf Mentalität und Identifikation, auch mit dem Verein. Also wir dürfen ja nicht vergessen, wie lang der mit dieser PSG-Pause dazwischen schon bei der Eintracht ist. Also ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Spieler und das kommt mir oft in letzter Zeit zu kurz, so ein bisschen. Wollte ich nur noch mal angemerkt haben. Bin ich voll bei dir, Patricia. Das Hauptkritikpunkt, den ich immer wieder höre, ist von den Leuten, dass er einfach ein bisschen zu teuer ist für das, was er leistet für die Eintracht. Gehalt wird sicherlich einer der Bestverdiener bei der Eintracht sein. Ja, kann man so sehen. Ich denke auch, dass es sicherlich Torwerte für vielleicht etwas weniger Gehalt gibt, die ähnliche Leistungen bringen können. Aber es gehört halt auch viel mehr dazu. Identifikationspersonen. Du hast gerade alle Punkte aufgezählt, Patricia, die eben auch dazugehören. Nicht nur die Leistung im Endeffekt jetzt bei, was weiß ich, die kleinen Fehler, die er immer macht. Das ist halt einfach so. Aber er ist ja viel mehr als eben nur der Torwart, der eben dann, ja, Nationaltorwart noch ist und so weiter. Das sind so viele Punkte, die da noch berücksichtigt werden. Deshalb, ich bin auch auf jeden Fall dafür, Kevin Drab, Nummer eins behalten. Geile Sache, dass er für die Eintracht spielt. An der einen oder anderen Stelle kann man schon, die Kritik ist er auch, wenn sie sachlich geführt ist, ist schon irgendwo, über die man sprechen kann. Ist das Gehalt, ist das ein Spieler, der ins Gehaltsgefüge passt als Torwart und bringt er die Leistung? Trotzdem bin ich voll bei dir. Also ich bin auch froh, dass wir ihn haben und ein toller Kerl, der, denke ich, gut zur Eintracht passt. Ja, und wie du sagst, also es ist ja am Ende auch so, dass wir natürlich nur ein begrenztes Maß an Optionen haben. Und die Frage stellt sich dann, würden wir dieses fast dann dementsprechend wieder aufmachen wollen? Ich finde den Aspekt, den du angesprochen hast, mit dem finanziellen, gerade das Gehalt ist natürlich etwas, darüber muss man reden. Wir wissen auch, dass in der Schlussphase der letzten Saison alle schlecht ausgesehen haben. Er auch. Also es war auch so, dass er es nicht geschafft hat, seine Mannschaft auf ein Champions-League-Niveau zu hieven am Ende. Also da ist er auch mit dran beteiligt. Trotzdem, ich würde den Start nicht über ihn brechen. Wir müssen die nächsten Wochen abwarten, wenn sie sich konsolidiert. Es ist nicht wegen irgendwelchen Testspielen, dass irgendwas in der Saison schiefgegangen ist, sondern in der Saison selbst. Ich glaube, wir sind gut aufgestellt. Und alles andere macht auch keinen Sinn, wenn es jetzt irgendjemanden gäbe, der unfassbares Interesse an ihm hat und uns 20 Millionen bietet. Natürlich muss man darüber reden. Aber ich merke, in der Bundesliga gibt es keine Bewegung auf der Torhüterposition so richtig. Und deswegen glaube ich, dass wir einfach gut besetzt sind. Jede Diskussion ist erlaubt, auch bei Kevin Trapp. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Es gibt unterschiedliche Ansätze. Aber das ist natürlich im Bereich, da müssen wir uns weniger Sorgen machen, meine Meinung. Passt. Ich glaube, das Torwart-Problem ist eine der Positionen, wo wir uns am wenigsten Sorgen machen müssen. Haben wir jetzt gut, denke ich, lange auch schon drüber gesprochen. Aber René, du wolltest ja im Endeffekt wahrscheinlich dann auch über die Problemstellen sprechen, oder? Erstmal müssen wir ja noch über die weiteren Talente sprechen, hatte Patricia gerade ja quasi drum gebeten. Ah, okay. Ja, sehr gerne. Ich vermute mal, du spielst an auf Blanco, Fabio Blanco und Enrique Herrero-Garcia. Yes. Yes. Dann sag. Also Herrero-Garcia, finde ich, muss ich, also nehme ich zumindest jetzt erst mal ein bisschen raus. Er ist halt 16 Jahre alt. Ich weiß nicht so recht, auch noch nicht so viel gehört jetzt. Aber Blanco ist da, glaube ich, schon eher, dass da jetzt auch schon viel mehr drüber geredet wurde, der ja auch schon so ein bisschen zeigen durfte, was er kann. Und da wollte ich auch mal so eure Meinung hören. Also was denkt ihr, ist der auch schon eine Option? Ich meine, er ist sehr, sehr jung, also 17 Jahre alt. Hat aber schon viele begeistert, so wie ich das mitbekommen habe. Ich habe, wie gesagt, die Testspiele nicht sehen können, zumindest nicht ausführlich. Habe aber auch so Schnipsel gesehen halt. Und ja, also man weiß, warum die Eintracht Interesse hatte. Ich sage es mal so. Ich finde es mega. Also Fabio Blanco, du sprichst ja jetzt über Fabio Blanco. Und ich finde es absolut mit 17 Jahren interessanter Spiele, bei dem wir uns, glaube ich, auch so ein bisschen schon das Gefühl machen, dass er tatsächlich eine Option für die erste Mannschaft sein könnte. Ja, wie gesagt, über Garcia, der ist gerade erst 16, wait and see. Aber Blanco kann auf jeden Fall so ein Joker, kann so das, ja, das gewisse Moment der Unsicherheit mit sich tragen. Ich glaube, das wird geil. Also es sind einfach Spiele, die machen mir Bock. Und ich glaube, die werden auf jeden Fall, also so ein Blanco wird auf seine 10, 15 Saisonspiele kommen, aber vielleicht meistens eingewechselt. Aber erinnern wir uns daran, als ein wesentlich älterer, damals schon, Jovic bei der Eintracht war und auch öfter mal eingewechselt wurde und für die ein oder andere Situation gesorgt hat. Ohne, dass er den ganz großen Durchbruch hatte, den er dann danach hatte. Aber wir haben schon gemerkt, okay, da ist was da. Blanco ist viel jünger. Aber ich glaube, dieses Element, auch diese Ballbehandlung teilweise, das finde ich schon sehr, sehr fein. Ich kann mir vorstellen, dass da ein bisschen was passiert. Ich finde es mega geil, dass die Eintracht diesen Trend hat, auch auf junge Talente zu schauen. Man muss auf der anderen Seite auch aufpassen, dass man die nicht mit zu viel Emotionen befrachtet, dass man denkt, okay, die müssen jetzt durchstarten, weil die haben am allerwenigsten die Pflicht dazu. Aber wenn ein Glasner, der es auch immer wieder geschafft hat, junge Talente heranzuziehen, mit jungen Talenten zu arbeiten, wenn er das hinbekommt bei Blanco oder bei vielleicht auch einem Gassier, ich glaube, da wäre viel gewonnen. Und du hast gerade einen wichtigen Punkt angesprochen, der wird, wenn, dann wahrscheinlich in vielen Fällen eher der Einwechselspieler, der Joker sein oder der halt eben dann am Ende noch mal ein bisschen Spielzeit bekommt. Ich glaube, wir sollten jetzt nicht den Fehler machen und erwarten, dass er jetzt in den jungen Jahren und gerade in der ersten Saison bei uns direkt Stammspieler wird und quasi dauerhaft auf dieser rechten Außenposition spielt. Das wäre zu früh. Mein Herz geht ja schon auf, wenn ich höre rechte Außenposition. Genau. Das ist ja seit Jahren das Ding. Ja, aber da können wir gar nicht genug Talente haben. Das ist richtig, aber er ist halt auch trotzdem erst mal der Einzige, der halt in erster Linie auf dieser Position spielt. Ja, aber immerhin. Aber ich finde es auch geil. Auf jeden Fall, Patrizio, du hast vollkommen recht. Es ist endlich eine interessante Option auf dieser Position, wo wir doch uns jahrelang damit herumgeschlagen haben. Naja, was sollen wir denn machen? Auf links wissen wir, es ist alles gesetzt, aber was passiert denn auf rechts? Jetzt können wir froh sein, dass wir mit Danny Da Costa beispielsweise einen Spieler wieder zurückbekommen haben, der offenbar vollkommen motiviert scheint, der sich in Testspielen auch gut darstellt. Aber was ist die Frage, was machen wir weiter offensiv? Und da haben wir mit Fabio Blanco zumindest eine Option, wenn wir das offensivere Spiel bevorzugen. Und das finde ich geil. Ja, nicht nur das offensivere Spiel, sondern auch, wenn wir eben nicht nur in einem festen System spielen, sondern auch das, was ja auch eine Aussage von Klaasner immer wieder war. Er möchte die Mannschaft flexibler machen, was das Spielsystem angeht. Er möchte sie unberechenbarer machen. Das heißt, du hast jetzt halt auch wirklich jemanden, der halt auch sehr stark fokussiert auf diese Rechtsaußenposition ist. Und du könntest jetzt zum Beispiel ja auch mit einem 4-3-3 oder mit einem 4-4-2 oder irgendwas halt eben spielen, weil du eben auch mehr Möglichkeiten in der Kaderauswahl hast. Absolut, absolut. Also ich glaube, diese Flexibilität, die können wir ja auch nachher nochmal demonstrieren, wenn wir uns näher Gedanken über die Aufstellung machen. Aber es ist ja genau das. Du bist flexibler, du hast auf fast allen Positionen gute Besetzungen. Ich will ja ein, zwei Sachen vielleicht noch mit euch klären. Aber im Grunde bist du da ganz gut in die Saison oder die Transferphase ist noch nicht vorbei. Kann natürlich sein, dass noch ein paar krasse Einschnitte kommen, auf die ich nicht hoffe. Aber du hast ansonsten viel okay bis gutes Material. Einige richtig geile Spieler. Und grundsätzlich lässt sich darauf aufbauen. Also ich habe jetzt wirklich gar keine Angst, dass wir jetzt irgendwie von hinten angreifen oder ins hintere Drittel rücken. Darauf gar nicht. Bin halt gespannt, was mit den Spielern ist, die tatsächlich jetzt schon eine Saison da sind, wie in einen Rüstitsch, der sich in Testspielen gut macht. Wie geht die Entwicklung von einem Eimann-Barcock weiter? Ja, das sind halt alles so Dinge. Normalerweise ist der Platz da, gerade mit Younes, mit Daiji Kamada, jetzt mit Lindström, extrem eng im offensiven Mittelfeld. Wie können die sich durchsetzen? Und was passiert mit einem Steven Zuber, der in der Europameisterschaft gespielt hat, die ihm bei allem Respekt so nicht zugetraut hat? Ja, aber dann sind wir doch quasi schon mitten in der Gerüchte-Ecke gelandet. Joey Vels, das hatten wir ja gerade eben schon angesprochen, ist ja quasi kein Gerücht mehr, sondern da ist ja quasi die Wechselabsicht mehr als deutlich und da ist man auch anscheinend sehr verhandlungsbereit. Und dann haben wir eben das, was du gerade eben angesprochen hast, mit im Mittelfeld wird es sehr eng, weil einfach viele Leute da sind. Es ist die Frage, wie viele Leute noch da sind. Kamada ist so ein bisschen gerüchtet und jetzt kam mir noch diese Younes-Thematik raus, der ja auch, so wie ich das verstanden habe, gerne Klarheit hätte und vielleicht auch ein bisschen mehr Gehaltklarheit dahingehend, dass er ja nach wie vor immer noch verliehen ist. Man hat zwar eine Option, die man ziehen könnte, die ja auch nach alledem, was da gesagt worden ist, jetzt auch nicht so total wahnsinnig viel Geld kosten würde, die man aber nach wie vor auch noch nicht gezogen hat, was anscheinend ja auch bei der Person so ein bisschen Fragen aufwirft. Das ist die Frage, wenn da jetzt beide gerüchtetechnisch unterwegs sind und im schlimmsten Fall beide weggehen, dann hast du da gar nicht mehr so viele Optionen auf der offensiven Mittelfeldposition, oder? Marvin? Ich glaube tatsächlich nicht, dass beide gehen. Also ich weiß nicht, wenn, also ich hoffe es nicht, aber irgendwie denke ich, vielleicht verlässt einer die Eintracht und wenn dann glaube ich sogar eher Kamada, das ist vielleicht auch Wunschdenken, dass ich das, also ich versuche das vielleicht noch von mir wegzudrücken, mit Younes, aber ich glaube, ich sehe das noch nicht so dramatisch. Ich glaube schon, dass da Gespräche sind und ich glaube auch schon, dass der Spieler angemeldet hat, dass er gerne mehr Wertschätzung hätte in Form von Gehalt, in Form eines festen Vertrags. Man hat aber ja auch gehört, dass die Eintracht trotzdem sein erster Ansprechpartner ist und dass es auch seine erste Option ist, die er eigentlich gerne hätte und dass sie sich ja wohl auch in konstruktiven, guten Gesprächen aktuell mit Krösche befinden. Er und seine zwei Berater, das ist ja irgendwie auch so ein Ding gewesen, dass der eine Berater ja die Gerüchte platziert hat, dass sich Younes ja umschaut und irgendwie, ja, unzufrieden ist so ein bisschen in der Situation und der andere Berater hat aber zurückgerudert und gesagt, ja, das stimmt, aber er will ja eigentlich mit der Eintracht kommunizieren und wir sind in guten Gesprächen und so weiter und so fort. Von daher habe ich da irgendwie gerade noch, ich weiß nicht, ob es naiv ist, aber ich habe noch Hoffnung, dass das sich eigentlich alles noch zum Guten auflöst. Ich meine vor allem auch die, wie René schon meinte, die Ablösesumme ist ja tatsächlich nicht so hoch. Ich glaube, die liegt irgendwo bei 2,5, 3 Millionen, irgendwo da. Für einen Spieler wie Younes absolut in Ordnung. Das ist auch für die Eintracht nicht klar, es ist Corona und so weiter und so fort, aber es ist nicht unstemmbar. Also das ist schon machbar. Für einen Spieler, der schon bewiesen hat, dass er eigentlich gut in das Gefühl gepasst, nicht nur sportlich, auch menschlich, darf man auch nicht vergessen. Auch wichtig ist tatsächlich für viele Spieler in der Mannschaft, glaube ich, mittlerweile. Man sieht ja auch recht viel auf Social Media, der ist ja auch viel mit den jüngeren Spielern schon unterwegs, auch wie Ackmann und so weiter und so fort. Der integriert irgendwie, glaube ich, auch schon Spieler in die Mannschaft. Deswegen würde ich das nicht unterschätzen. Glaube aber von daher auch, dass es die Eintracht weiß und sich da bemühen wird, ihn zu halten. Und wenn das stimmt, dass die Eintracht seine erste Option ist, werden sich beide Parteien, denke ich, auch einigen können. Also ich glaube, das ist mehr so ein Gepoker und ein bisschen Interessen, dies, das. Aber ja, ich weiß es nicht. Ich hoffe einfach, dass es gut geht. Aber ich bin auch irgendwie positiv gestimmt bei Younes. Ich weiß nicht, warum, weil ich immer sehr, sehr schnell pessimistisch bin bei so Dingen. Aber ich habe einfach ein gutes Gefühl. Weiß nicht. Erklärt mir eine ganz kurze Sache. Und zwar, wir haben ja sozusagen, die Laie läuft ja für zwei Jahre, heißt am 13.06. nächsten Jahres müssten wir ja im Endeffekt spätestens ziehen. Für die festgeschriebene Ablöse, sage ich jetzt mal, Optionen, sprechen wir mal von drei Millionen. Drei Millionen ist, glaube ich, das, was da steht, ja. Genau, jetzt ist ja die Frage so ein bisschen, das nicht zu ziehen, wäre doch völlig idiotisch. Weil du ja im Endeffekt, oder gehören dazu auch noch Parameter, die einfach ich jetzt momentan nicht mitbedenke, denn der Spieler, sind wir alle einig, ist ja viel mehr wert als drei Millionen. Das heißt, selbst wenn er direkt in der Saison nicht mehr für die Eintracht spielt, sondern zu irgendeinem Serie A-Klub, was ja aber damals berichtet wurde, oder sonst irgendwas wechseln möchte, wäre es doch so oder so sinnvoll, die drei Millionen zu investieren und im Endeffekt fünf Millionen einzustreichen, hast trotzdem zwei Millionen plus gemacht, anstatt zu sagen, dann ziehen wir die Kaufoption nicht. Also die Kaufoption nicht zu ziehen, wäre absoluter Kokolores, weil dann fehlt dir ja zum einen A, der Spieler, und B, hast du ja nicht mal Geld eingesteckt, weil die Kohle halt dann an hier in Neapel geht. Also das würde halt überhaupt keinen Sinn machen. Weil das habe ich jetzt öfter gelesen, dass die Eintracht dann die Kaufoption nicht zieht, das war für mich irgendwie, vielleicht habe ich auch irgendwas nicht, muss der Spieler dann nochmal, weil er dann mit dem Gehalt nicht zufrieden ist, unterschreibt er dann nicht und dadurch funktioniert das dann wieder nicht, ist das ein Ausschlusskriterium bei der Kaufoption? Keine Ahnung, dafür kenne ich mich auch da zu wenig aus, nur es hat mich einfach gewundert, denn das würde, wie du sagst, René, du hast ja eben nochmal schön zusammengefasst, es würde einfach an sich überhaupt keinen Sinn machen. Aber gut, keine Ahnung, dafür blicken wir vielleicht. Ja, wäre halt die Frage, ob dann, was dann da eventuell an irgendwelchen Nebeln, Klausen noch irgendwie drinstehen, dass da dann irgendwie, wann er das nächste Mal wechseln dürfte oder ob er dann irgendwie erstmal eine feste Spielzeit oder irgendwas hat, das weiß der ja dann auch wieder nicht. Also wenn man ja eins in der letzten Zeit wieder gelernt hat und dann kommen wir ja wieder auf diese Silver-Thematik mit irgendwie Tauschgeschäft und der kriegt da drei Millionen und der kriegt da irgendwie 15 Prozent Anteil und da, gefühlt kann ja in so Verträgen irgendwie alles drinstehen. Weißt ja nicht, was dann da neben einer festen Ablöse- und Kaufoption vielleicht da sonst noch irgendwie drinsteht. Wenn der zwei Berater hat, keine Ahnung, was die sich da für Spitzfindigkeiten irgendwie ausgedacht haben. Klar. Ja. Wissen wir. Aber ich hoffe auch, dass er bleibt. Da bin ich voll bei Patrizia auch. Also er wäre aus meiner Sicht zumindest eine Figur, die, wie Patrizia sagte, sehr wichtig zu sein scheint für die Chemie im Kader. Ich glaube, er ist spielerisch auch nochmal wertvoll. Er passt von all den Aktionen, die er eben ja auch neben dem Feld, denken wir mal eben an diese T-Shirt-Aktionen und das in der letzten Saison, passt er einfach auch sehr gut hierher. Also ich fände es halt sehr schade, auch von so einer Fan-Herz-Seite, wenn er da jetzt tatsächlich irgendwie gehen würde. Ja, sehe ich ganz genau so. Also bezüglich der ganzen Finanz- und Vertragsthematik kann ich dir jetzt auch nicht wirklich viel sagen, Dennis. Ich habe da keiner was sagen. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr diffizil. Ich glaube, es ist natürlich so, du kannst jetzt, der Eintracht könnte ihn verpflichten und dann könnte er weiterverkauft werden. So Deals sind ja schon mal passiert. Es ist nur schwierig, wenn du, ja, also das ist eine ganz schwierige Situation. Ein Fakt ist, es ist theoretisch möglich. Ich verstehe viele Dinge in dieser Hinsicht nicht. Für mich gibt es auch ein paar, also Fragezeichen, die mir ja erscheinen, weil ich den ganzen Werdegang dieser letzten Gerüchte tatsächlich nicht gut fand. Und das ist nicht nur das Bild-Zeitungsgerücht. Auch wenn das jetzt oft gesagt wird, ja, warum springt ihr auf die Bild-Zeitung auf? Es ist richtig, aber es ist nicht das Einzige, sondern es ist auch im Kicker lanciert worden, in anderen Medien ebenfalls. Man hat das Gefühl, dass da durchaus was dran ist. Ich finde es schwierig. Ich will Armin Younes als wirklich positiven Charakter, wie ich ihn im letzten Jahr kennengelernt habe, weiter bei der Eintracht behalten. Aber man muss auch aufziehen, dass nicht die dunklen Wolken, man muss aufpassen, dass die dunklen Wolken nicht weiter aufziehen. Denn es geht auch so ein bisschen um seine Vita. Er ist noch 27, er wird bald 28. Für ein Profialter immer noch wirklich relativ jung. Ich hoffe, dass die Eintracht sich einigen kann. Dann ist er ein veritabler und sehr, sehr wichtiger Teil dieser Offensive. Tatsächlich auch, wir haben eben über den Fashion-Japaner gesprochen. Und bei Kamada ist es aber tatsächlich auch so, dass er ebenfalls einen sehr großen Wert im Offensivspiel hat. Auch wenn wir ganz gerne das manchmal wegwischen, weil er uns im Gegensatz zu vielleicht anderen Spielern weniger konstant vorkommt. Tatsächlich ist es so, dass Kamada eine brutale Saison gespielt hat. Ja. Und wenn man hört, wie ein Uwe Bein, den ich da letztens beim Testspiel gehört habe, der vielleicht nicht der, wie soll ich sagen, krasseste Fußballlehrer aller Zeiten war, bei einer der feinsten Kicker, die der Eintracht je hatte, wie er über Wohlwollend über den Armin Junis, aber auch über den Deutsch Kamada spricht, dann merken wir tatsächlich einfach schon, dass der an der Spielphilosophie, ein Spielgedanken da ist, der den Konnoisseuren des Fußballs doch sehr gut gefällt. Deswegen, ich tue mir schwer, wenn ich auswählen müsste, würde ich wahrscheinlich auch in Kamada, weil er auch einen Wert hat wie 25 Millionen, würde ich ihn gehen lassen. Ich hoffe, dass uns, ich kann mir nicht vorstellen, dass uns beide verlassen. Das definitiv nicht. Ich glaube, das würde ich Stand jetzt auch ausschließen. Aber wir sind uns schon einig, dass sehr wahrscheinlich einer von beiden gehen wird, oder? Wenn der Marc da ist, einer von beiden, der würde ich eher auf Kamada setzen, weil da gab es schon Angebote, es gab schon Interesse von Sevilla, von englischen Vereinen. Es ist auch eine Vermarktungssituation. Ich glaube, dass ein Perspektiv sehr interessanter Spieler, japanischer Spieler, sich dementsprechend auch gut in der Premier League machen würde. Das kann ich mir vorstellen. Aber das Gute ist, da sind wir so ein bisschen ja auch am Hebel. Ja, und vor allem, wenn man bedenkt, man, also ich glaube, man muss sogar noch Abgänge irgendwie verzeichnen, letztendlich, weil der Kader ist ja schon, also man muss auch bedenken, wir haben Dreifachbelastung dann nächste Saison. Das ist korrekt. So eine gewisse Breite im Kader ist nicht schlecht, aber man muss ja natürlich auch bedenken, das sind Gehälter, die gezahlt werden müssen. Du brauchst vielleicht an anderen Stellen auch noch neue Spieler und irgendwann wird es halt auch einfach zu viel. Also irgendjemand wird wahrscheinlich noch gehen, gehen müssen. Und eventuell, ja, es wird wahrscheinlich auch schon Gespräche geben mit Spielern, von denen wir noch gar nichts wissen, die vielleicht uns auch noch verlassen werden. Aber wie Marvin schon sagte, wenn ich es mir aussuchen müsste, wahrscheinlich auch schweren Herzens Kamada. Ich bin tatsächlich eigentlich auch sehr wohlgesonnen, weil ich finde, dass es ein sehr, sehr, ja, guter Spieler ist einfach. Es ist ein großes Talent und mittlerweile hat er auch schon den Schritt weiter gemacht eigentlich. Also, ja, es ist halt so oder so, wenn ich könnte, würde ich beide behalten wahrscheinlich. Aber klar, mit Kamada generierst du wahrscheinlich einfach noch mehr Geld, was du dann irgendwie reinvestieren kannst in andere Spieler, in andere Lücken im Kader. Oder halt eben, wie du gesagt hast, um deine laufenden Kosten zu decken, weil ja auch dieses Frage, die Frage nach Zuschauereinnahmen auch noch eine ungeklärte bislang ist für die neue Saison. Auch das noch, ja. Ja, also. Ist ein mega guter Punkt, den du da machst, weil das andere, das, man muss leider alles zusammen sehen. Die ungeklärten, unklaren Verhältnisse, bezüglich der Zuschauerthematik, ich weiß nicht, darüber können wir ja dann auch gleich noch sprechen, die reißt natürlich ein potenziell weiter ein Loch in die Finanzen der Eintracht. Das ist nicht, das können wir leider nicht separat betrachten. Und wie gesagt, wir haben drei, wir haben eine Dreifachbelastung, das ist geil. Es kommt darauf an, mit welchem Kader wir diese Dreifachbelastung machen. Wir haben auch extrem viele Spieler und vielleicht können wir ja auch mal über die Spieler sprechen, die wir potenziell vielleicht, keine Ahnung, haben wir noch Spieler, über die du jetzt sprechen wolltest? Da will ich es nicht, ja, kurz halten. Wir haben noch diese Kostic-Gerüchte-Thematik, die ja vor anderthalb Wochen mal so ein bisschen hochgekocht hatte, sich jetzt wieder beruhigt hat und man zumindest auch das Gefühl hat, dass von dem Spieler an sich da auch eher wenig Motivation ausgeht, irgendwie den Verein zu verlassen. Das erscheint ja auch eher so ein Beratergerücht zu sein, der versucht hat, da so ein bisschen die Nachfrage nach seinem Schützling irgendwie in die Höhe zu treiben. Auf der anderen Seite ist natürlich Kostic auch jemand, der einfach unwahrscheinlich stark performt hat in den letzten Jahren und wahrscheinlich für viele, die tatsächlich auf dieser Position jemanden suchen, der halt eben nicht nur offensiv, sondern tatsächlich auch defensiv kann, wahrscheinlich schon relativ weit oben auf den Auswahllisten steht. Ja, ja, gehe ich auch von aus. Aber auch da ist der Markt offenbar gerade gar nicht so pralle für einen, für mich absoluten Stammspieler, die absolute Granate mit 28, vielleicht für mich der wichtigste Spieler, der die Jahre überdauert hat bei der Frankfurter Eintracht, Philipp Kostic. Das ist tatsächlich so. Also es gibt, also sehr, sehr begehrt vielleicht schon, aber der Markt, ich glaube, wo war es? Ich glaube, es war Inter Mailand, die ein Interesse an ihm hatten, die können das aber aktuell gar nicht finanzieren. Natürlich, der Hertha war so ein bisschen interessiert, zum Glück ist das wieder abgekühlt. Ich hoffe sehr, dass das dementsprechend kühl bleibt und ansonsten wird es für alle anderen schwierig, weil da würden schon so 30, 35 Millionen zu Buche schlagen. Ja, und wenn das so ein absoluter Top-Verein ist, wenn das so ein, ich meine, ich finde es krass und ich muss auch ehrlich sagen, ich finde es absurd, dass genau das jetzt gar nicht das Thema ist. Weil Philipp Kostic hat auch letztes Jahr wieder eine brutale Saison gespielt. Der hat vier Tore gemacht, der hat 17 Torvorlagen bei 30 Spielen gemacht. Das ist unfassbar. Ich verstehe tatsächlich nicht, dass er nicht im Schaufenster ganz oben steht. Das wundert mich tatsächlich, weil es gibt viele Mittelklasse-Spieler, die für wesentlich mehr Geld gerade irgendwie gehandelt werden. Ich muss den nicht verkaufen, ganz im Gegenteil. Ich bin froh, wenn er bei uns bleibt. Aber dann braucht er auch nicht zu einem Gurkenverein wie der Hertha wechseln. Nee, und du musst halt auch dazu sagen, er ist halt auch mit Abstand der Spieler, der in der kompletten Bundesliga-Saison mit Abstand die meisten Flanken geschossen hat und bei dem auch tatsächlich die meisten Flanken angekommen sind. Ja, der schießt natürlich unfassbar viele Flanken und da geht natürlich auch ein bisschen was daneben. Aber das ist eine Konstanz. Und es kommt halt auch wesentlich mehr an. Ja, ich meine, guck mal, der hat seit drei Jahren eine brutale Konstanz bei der Frankfurter Eintracht. Der ist seitdem er gekommen ist, hatte mindestens elf Torvorlagen. Der hat mindestens vier Tore geschossen. Und das ist nur der Bundesliga-Wettbewerb. Und da habe ich mir noch nicht angeguckt, was er im Pokal gemacht hat. Da habe ich mir noch nicht angeguckt, wie er international unterwegs war. Da wissen wir, das ist eine Qualifikationsrunde. Da ging es ja auch schon los, wo er auch gescored hat und so weiter und so fort. Also das ist ein richtig geiler Spieler für die Frankfurter Eintracht. Und einer, der eine unfassbare Konstanz hat, dementsprechend auch zu Recht diesen 35 Millionen Wert hat. Wie gesagt, ich hoffe nicht, dass er geht. Und wenn, dann bitte, bitte nicht. Bobic, ey, dann knallt's aber. Ja, das wäre halt dann das zweite Bittere nach Silva quasi zu einem direkten, ja, Konkurrenzverein will ich jetzt nicht sagen, aber zumindest in der direkten Liga wechseln und dann eben noch die Vorgeschichte oder die Hintergründe mit Bobic. Das wäre halt mindestens genauso bitter wie ein Wechsel zum Dosen-Club. Man darf auch nicht vergessen, dass er einen nicht unwesentlichen Anteil an Silvers Erfolg hatte. Also ohne das zu schmälern, was Silva geleistet hat. Aber das ist schon Silvers auch ein Stürmer, der gut bedient werden muss. Und das hat Kostic halt geschafft. Und ich finde, die haben halt gegenseitig voneinander profitiert. Wobei halt auch Kostic schon viele andere Spieler in Szene gesetzt hat. Also es ist jetzt nicht so, dass Kostic von Silva abhängig war, aber die haben einfach sehr, sehr gut harmoniert. Also das ist so ein Doppelpack, was uns auch getragen hat. Und man darf halt nicht vergessen, dass Silvers, das muss ja jetzt erst mal schauen bei Leipzig, ob er da irgendwie seinen Ersatz Kostic findet, mit dem er gut harmoniert oder eben nicht. Das steht in den Sternen. Aber ja, Kostic ist halt auch ein Spieler. Er macht halt auch andere Spieler besser. Und für mich ist das wirklich so der Top-1-Spieler, den ich halten möchte. Ja. Also das ist, da geht kein Weg dran vorbei. Ich würde glaube ich, da wird wirklich was zusammenbrechen für mich, wenn der geht. Und das ist ja nicht so unwahrscheinlich, weil es einfach natürlich ein begehrter Spieler ist. Aber auch die Interessenten, ich würde die so melken, die sollten zahlen, was ich denen für Summen sagen würde, was die zahlen müssen für Kostic, dass ich denen abgeben würde, wenn ich in charge wäre. 5,8 Milliarden mindestens. Nee, also wirklich, wie Marvin schon meinte, die Konstanz auch, man darf auch nicht vergessen, der ist sehr, sehr selten verletzt. Das ist ein vorbildlicher Profi. Also der ist sehr, weiß nicht, man hört halt auch irgendwie kaum, keine Skandale, gar nichts. Also das ist, das ist ein Vorbildprofi. Und dann noch diese Leistung konstant in der Liga zu bringen, auch europäisch, der taucht auch nicht ab, einfach mal so 5 Spiele am Stück. Körperlich fit, das ist einfach, also, wenn ich einen Spieler nennen darf, der für mich dann unverkäuflich wäre, dann ist es Kostic. Und ich hoffe irgendwie, dass man den halten kann, wenn schon jetzt der Top-Torschütze mit Silva gegangen ist. Wird schwer wahrscheinlich, aber da sollte man echt alles ransetzen. Amen, sage ich da nur. Amen, Patriot, so ist es. Es gibt nichts weiter zu sagen. Philipp Kostic, du bleibst. Haben wir hiermit festgelegt, Thema damit vom Tisch. Ja, jetzt wollte Marvin noch mal ein bisschen drüber reden, über Spieler, die vielleicht noch gehen könnten. Das passt ja dann auch so ein bisschen mit dieser Thematik zusammen, wie unser Kader aussieht. Und dann können wir im Nachgang dann vielleicht drüber reden, wo wir noch verpflichtungstechnisch irgendwie Baustellen haben. Ja, genau. Also im Endeffekt sind es ja doch tatsächlich ein paar Spieler. Gehen wir jetzt erst mal die potenzielle Verkaufs- oder Verleihliste durch. Und das soll jetzt auch nicht diskutierlich klingen, wenn mir jetzt wieder einer aufs Dach steigt von wegen Rudolfs Spielerverkauf. Es geht einfach im Endeffekt nur darum, dass die vielleicht auch selber irgendwie ihre Karriere fortführen wollen. Wir haben jetzt zuletzt gesehen, dass ein paar, immer wieder viele Talente es nicht geschafft haben, im Profifußball Fuß zu fassen, die hochgezogen wurden aus der U19. Vielleicht gibt es auch da die eine oder andere Chance, nochmal Leute auszuleihen. Aber tatsächlich ist es ja so, wenn ich im Stürmerbereich gucke, ich glaube, da könnten wir den ersten, können wir auch gerade, wir machen einfach mal die Stürmer-Thematik, wir rollen das Pferd von hinten diesmal auf und sehen im Endeffekt, ja, auf jeden Fall. Hier Dressurreiten, haben wir jetzt auch Gold gewonnen, Dressur im Podcast-Gold, Podcast-Gold im Dressurreiten oder sowas, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Aber da ist es natürlich so, ich habe eben über Ragnar Ache gesprochen, der ist bei Olympia, der wird tatsächlich auch noch so ein bisschen mehr den Fokus auf sich ziehen mit zwei Toren, bei Olympia ist schon mal nicht so schlecht, mal gucken, was da noch kommt. Ich gehe davon eher aus, dass er bleibt. Ali Ackmann sieht momentan auch so aus, aber wie gesagt, Jovelic haben wir eben schon darüber gesprochen, sieht alles nach Los Angeles aus und dann haben wir jemanden, einen Rückkehrer, Paciencia. Ja, Dennis, was machen wir denn mit Paciencia? Also ich muss tatsächlich sagen, es kommt so ein bisschen darauf an, haben wir Geld für einen weiteren Stürmer vorne, für einen Stoßstürmer, für so eine Kante oder müssen wir mit Paciencia arbeiten? Ich fand, Patrizia hat was ganz Wichtiges gesagt, ein Philipp Kostic kann in meinen Augen sogar einen Paciencia gut aussehen lassen und wenn wir mal jemanden von der rechten Seite hatten, halt ich muss ein bisschen eingrenzen, um nochmal zu der Thematik zu kommen, einfach, wenn das Spielsystem zu sehr durchschaubar ist und fünf Leute stehen bei Philipp Kostic, dann hat auch Philipp Kostic Probleme gehabt in den letzten Saisons, immer dann so die Leistung zu bringen, wie wir die gewohnt sind. Er hat trotzdem super performt und so weiter. Ich hoffe einfach, dass wir auf der rechten Außenposition jetzt mal so ein bisschen Schlüssel noch finden, dann glaube ich, können wir von der Seite auch noch was machen und Paciencia ist normalerweise ja nicht eine totale Vollnull. Der kann ja schon, Kopfball ist ja sein Ding, mit ein paar guten Flanken verarbeiten. Ich würde, ich könnte mir schon vorstellen, dass wir mit ihm arbeiten, einfach der Not gedrungen, dass wir sagen, okay, jetzt nochmal extra Geld ausgeben, vielleicht nochmal ein bisschen eine Halbrunde zumindest spielen lassen, dann schauen, ob man ihn verkaufen kann oder er gut performt hat sogar. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das Geld einfach zu knapp ist. Ihr habt richtig angesprochen, jedes Spiel, zweieinhalb Millionen, die dann vielleicht fehlen, wenn die Zuschauer nicht kommen dürfen, da kann ich mir schon vorstellen, dass da das Geld, was du eingenommen hast für einen Silver, dann sofort auch wieder zum Löcherstopfen benutzt wird, also schwierig. Glaube ich, könnte ich mir schon vorstellen, dass Patience ja tatsächlich bleibt und Spielzeit bekommt. Mit Boré zusammen, Boré oder wie auch immer man ihn ausspricht. Ja, hängt für mich mit zwei wichtigen Fragen zusammen, zum einen, was wird unser Spielstil sein, also eher technisch oder halt tatsächlich auch, also technisch und vielleicht auch eher so ein bisschen flach und variabel oder bleiben wir halt auch in vielen Fällen bei diesem, bei diesem Flanken-Thema. Dann habe ich so richtig keinen Stürmer momentan dabei, wo ich sage, der wäre so mein 100% Targetman, der die Bälle halt irgendwie entweder festmacht und auf andere halt verteilt oder halt eben direkt reinbringt. Patience hat zwar auch schon Tore oder auch viele Tore mit dem Kopf gemacht, aber er wäre trotzdem nicht der charakteristische Spieler für mich da. Und die zweite Frage, die da auch so ein bisschen mitschwingt, ist die Frage, mit was für einer Hauptaufstellung arbeiten wir? Arbeiten wir da mit einem Einstürmer-System oder mit einem Zwei-Stürmer-System? Weil aktuell, ohne dass Juwelijic jetzt gegangen ist, haben wir da sechs Spieler als Mittelstürmer, wenn ich jetzt mal Gas hier damit reinrechne, da stehen, wenn du halt tatsächlich in einem Einstürmer-System hauptsächlich spielst, du musst zwar ein bisschen wechseln, aber dann brauchst du halt auch keine sechs Mann auf der Position. Ich hoffe, dass wir ein bisschen flexibler sind, als immer nur mit einem Stürmer von zu spielen. Du kannst ja auch mit einem Stürmer mehrere Systeme spielen. Ja. Aber es ist halt so ein bisschen die Frage, die da mitspringt. Also momentan haben wir da halt relativ viel Auswahl, was das Personal angeht. Ja, schon, aber auch, es ist halt auch, es steht hinter so vielen halt ein Fragezeichen. Also, wie weit ist Ackmann, was ist mit Ache, Pacencia, schafft der es nochmal irgendwie oder auch nicht? Irgendwie, das sind alles so Fragezeichen-Stürmer. und ich weiß es nicht, also ich finde es halt schwierig, weil letzte Saison war das ja immer so ein Wechsel zwischen Doppelspitze und alleinige Spitze. Da hatte man Silva und Jovic und beide sind weg. Also, wir haben keinen dieser beiden Stürmer, die letztes Jahr gesetzt waren. Und jetzt ist es halt so, okay, du hast Borei geholt als angeblichen Silberersatz, sagen wir mal so, dann hast du aber halt einen Stürmer. Was ist, wenn der verletzt ist? Was ist, wenn er eine Gelbsperre hat? Was ist, wenn der außer Form ist und einfach mal eine Pause braucht? Was ist dann, wenn der krank ist? Was auch immer. Es kann ja so vieles passieren und dann willst du vielleicht auch mal Doppelspitze spielen, dann fällt dir auch wieder einer aus. Also, du brauchst irgendwie schon Auswahl und ich finde schon, der Auswahl, die man hat, ist das alles, es kann sein, dass das ausreicht, wer weiß, wenn Acha auf einmal einschlägt und Ackmann doch weiter ist, als man denkt und dann ist vielleicht Borei ein Top-Stürmer, dann passt das vielleicht sogar schon. Patienz ja, kann das als Joker machen, dann ist das alles in Ordnung, aber wer sagt das denn? Also, ich kann das momentan schwer einschätzen und es sind halt diese Fragezeichen da und ich weiß nicht, ich glaube tatsächlich, würde ich mir noch einen Stürmer wünschen. Ich weiß nicht, ob dafür dann aber auch ein Abgang nötig wäre. Also, vielleicht, ja, wäre Schalke halt nicht abgestiegen, hätte man 10 Millionen für Pacencia bekommen. Das wäre jetzt nicht so schlecht gewesen. So wirst du die halt nicht mehr ändern. Ja, aber irgendwie sowas. Also, wahrscheinlich muss man irgendwie warten, was sich noch transfermäßig ergibt und dann vielleicht nochmal schauen. Ich weiß nicht, ich wünsche mir eigentlich tatsächlich noch einen Stürmer. Ja, also definitiv. Ich sehe es ganz genauso wie du, Patricia, du hast ja eben sehr gut zusammengefasst. Im Endeffekt ist das halt so, dass natürlich Patienz ja tatsächlich der gewesen wäre, bei dem wir gesagt hätten, okay, ist jetzt über Schalke vielleicht angekommen, aber das hat jetzt alles überhaupt nicht funktioniert. Er ist mit einem sehr größeren, viel größeren Wert von der Eintracht weggegangen, als er jetzt noch hat. Das ist natürlich ein krasses Verlustgeschäft. Die Eintracht würde, schätze ich mal, aktuell nicht mehr als vier Millionen für ihn noch bekommen, obwohl er 26 Jahre ist und aber der Eintracht eigentlich davor gut gespielt hat. Das ist ja das Absurde. Der ist ja nicht gegangen, wo du gedacht hast, Alter, das ist eine Graupe. Das war Patienz ja nie. Der hat immer ordentlich gespielt. Der war nicht so ein Killer, wie ein Silva dann geworden ist. Der war nicht so ein Killer wie ein Jovic. Der war nicht so ein Killer wie Allaire, aber das waren gute, ordentliche Bundesliga-Stürme. Das ist halt schwierig. Einwechselspieler bei Marvin, oder? Ja. War halt eher von der Zeit vorher, als wir die Püffelherde noch hatten, da war es ein guter Einwechselspieler, der eben mal einspringen kann und so weiter. Aber ich fand immer, wenn er von Anfang an gespielt hat, hat er schon in der Zeit, als er noch, sagen wir mal, vor der Schalker Zeit, als er noch performt, hat schon nicht so performt, wie ich mir das für Nummer-Einstürmer von der Eintracht wünsche. Gerade wenn du in drei Wettbewerben spielst, das ist ein Riesenproblem. Also klar, trotzdem muss man sagen, die 19-20er-Saison war für ihn halt nicht so verkehrt. Wie gesagt, auch oft Einwechselspiele, trotzdem seine Tore gemacht, gerade in der Euroleague auch ein paar wichtigere Dinge gemacht. Es ist schwierig und es tut mir auch leid für ihn. Trotzdem wäre er mein erster Verkaufskandidat, neben Joe Valiant, den ich jetzt schon als relativ gesichert ansehe. So gehen wir mal, so dementsprechend glaube ich, Patienzjahr neu anfangen. Wie gesagt, ich habe auch gar kein Problem damit. Wenn er bei uns bleibt, da freue ich mich auch, weil er ein großer Stürmer ist, jemand, der auch ein sympathischer Kerl ist. Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr auf diese ganze Patienzjahr-Diskussion. Meine Güte, wie unsäglich dieser Scheiß war. Er hat halt irgendwie Scheiß, der gesagt hat, das ist ein Profifußballer. Hey, ohne Scheiß, so viel Profifußballer labert dünnes Zeug. Ich bin mittlerweile froh, wenn niemand einen Nenner-Move macht. Also insofern, also insofern, whatever. Die Ansprüche sind niedrig mittlerweile. Ja, die sind echt niedrig mittlerweile. Also dementsprechend, Joe Valiant geht. Ich habe keine Ahnung. Normalerweise hätte ich gesagt, dass ein Ackmann eigentlich jemand ist, den du nochmal verleihen musst. Jetzt musst du sehen, es bietet sich Ackmann so krass an, dass du ihn in der Peergroup dabei haben willst, vielleicht auch in Rangner Ache. Rangner Ache wird uns aber durch die Olympia-Sache auch erstmal hinten dranhängen. Da können wir überlegen, ob wir den im Winter verleihen vielleicht nochmal. Oder vielleicht hat er dadurch so einen Break, dass er sich halt durchpowert, der sah am Ende der letzten Saison auch schon nicht schlecht aus. Schwierig, aber definitiv. Aber sie brauchen halt Spielzeit. Wir brauchen einen. Sie brauchen Spielzeit, auf jeden Fall, René, du hast vollkommen recht. Zumindest, du musst überlegen, was du damit machst. Weil mit Ache und Ackmann, das wird schon schwierig und du brauchst halt tatsächlich auch noch einen neuen, wie Patrizia gesagt wird. Ja. Red ruhig weiter, du hast vollkommen recht. Ja, also aus meiner Sicht müsstest du eigentlich einen von den beiden verleihen, um ihm halt regelmäßig Spielzeit zu geben. Und da ist es halt irgendwie schwierig. Klar, Ackmann bietet sich an, auf der anderen Seite ist es natürlich auch der Spieler, wo du vielleicht auch sagen würdest, der hat jetzt gerade eben einen neuen Vertrag bekommen. Da ist auch am meisten irgendwie Potenzial und Wertsteigerung drin. Das wäre wahrscheinlich der Kandidat, den du irgendwie am ehesten verleihen müsstest. Eigentlich. Und dann hättest du aber auf der anderen Seite genau das Problem, was du eben angesprochen hast. Ache, der jetzt eben von Olympia dann zurückkommt und dann erstmal ein bisschen auch wieder regenerieren muss, den du halt dann auch nicht irgendwie als Ersatz setzen kannst. Also es ist echt schwierig. Ja, es ist scheiße. Wir haben auch keine klare Lösung. Das ist genau die Schwierigkeit, weil halt Ache, und das finde ich auch gut, der Eintracht hat ihm die Chance gegeben und guck mal, wir sehen ihn jetzt halt. Er nutzt sie auch. Ja, er nutzt sie, er nutzt sie und das ist es. Und Ackmann ist in diesen Testspielen, auch wenn die jetzt keinen krassen Wert haben, ist der so wirbelig, der hat so Bock, der hat jetzt ein halbes Jahr gewartet, konnte nicht spielen. Der will auch. Deswegen würde ich mir schwer tun, ihn zu verleihen. Aber trotzdem brauchst du halt noch einen krassen Stürmer. Du brauchst noch einen. Du brauchst noch eine A-Nummer. Das ist es halt. Ja, also wäre ja wirklich die wahrscheinlichste Variante zu sagen, Paciencia und Jovelic weg. Dafür noch irgendwie eher auch so ein Spielertyp irgendwie groß, vielleicht auch so ein bisschen Brecher-Variante. Also jetzt kein Bastost, aber vielleicht irgendwie so eine Art Weghorst oder irgendwie sowas in der Richtung. Einen, der halt auch mal wirklich so einen Ball festmachen kann, der auch mal zwei, drei Abwehrspieler irgendwie binden kann und darum dann halt vielleicht eher dann, ja, wir haben halt relativ viele Wettbewerbe, also vielleicht gibt es dann da wirklich ein bisschen Zeit für Ackmann und für Ache. Ja, vielleicht. Ich kann es mir vorstellen. Im Pokal brauchst du vielleicht jetzt auch genau nicht den AA-Stürmer, dann reicht es, wenn du mit Raphael Bore, der jetzt auch schon, der ist ja jetzt erst gekommen, aber hat da ein bisschen Eingewöhnungszeit, da kannst du auch mit, ja, kannst du vielleicht auch Paciencia mal gucken, einfach mal testen. Das Geile ist, die Eintracht hat ja eine gute Mannschaft. Jetzt am Ende ist es doch so, guck mal, da ist ja schon viel Potenzial, spielen wir mit beiden, zwei offensiven Spielen mit zwei Stürmern. Aktuell bin ich eher für dieses Zwei-Stürmer-System und einem offensiven Mittelfeldspieler, daran hängt ja natürlich viel, aber gehen wir doch mal zu den offensiven Mittelfeldspielern, weil das ist ja die nächste Thematik, bei der ich nicht hundertprozentig weiß, welchen Weg bestreiten wir dann, denn wir haben eben darüber gesprochen, was machen wir, wir haben, wenn wir uns das komplette Mittelfeld angucken, da haben wir ja tatsächlich auch eine Überbelegung. Also ich sehe im defensiven Mittelfeld sehr, sehr viele, wo ich nicht hundertprozentig sicher bin, also Ilse Anker beispielsweise, der ist bei mir jetzt, glaube ich, aktuell, auch wenn er eine ganz gute Saison gemacht hat, aber in keiner Aufstellung dabei, die ich gemacht habe, in Hasebe auch nicht, weil er schon älter ist, aber der bleibt natürlich. Wenn dann werden die beiden für mich auch momentan, ja gut, Hasebe vielleicht schon eher dann defensives Mittelfeld, aber wenn ich in irgendeiner Art und Weise Ilse als Backup irgendwo reingedacht habe, dann für mich tatsächlich eher so als Innenverteidiger und weniger im defensiven Mittelfeld, also die beiden tauchen wahrscheinlich, wenn dann eher gefühlt als Einwechselspieler auf oder dann halt, wenn wirklich mal irgendwie Not am Mann ist, aber die werden in keiner Variante, die ich so im Kopf hatte, als irgendwie erster Mann dort unterwegs sein. Und was machst du mit einem Zuber, der kam jetzt aus einer EM-Saison zurück, die unfassbar war und dann hast du im offensiven Mittelfeld auch einfach so Leute, wie Rustic, der sich ja auftränkt und Barkok spielt auch, aber das ist so eng, denn dann hast du da irgendeine Option, was wir damit machen können, weil irgendwie gefühlt sind es wirklich viel zu viele Spieler einfach. Ja, da bin ich voll bei euch. Ihr habt nochmal geguckt, wir sind ja bei einer Kadergröße von 34 und es sind tatsächlich wenig so junge Spieler, die im Endeffekt ja gar keine Chance eigentlich haben. Ich wollte gerade sagen, also bei 34 musst du allerdings halt auch mit einrechnen, dass dann halt auch Finn, Otto und so weiter dann da mit drinstehen, die zwar nominell im Kader sind, wo ich aber nicht glaube, dass die viel Spielzeiten bekommen werden. Ich glaube aber trotzdem, dass der Kader zu groß ist. Normalerweise spricht man immer davon, der Trainer fühlt sich wohl unter 30 sollen es sein. Da bist du im Endeffekt natürlich hier noch weit von entfernt. Wir sprechen schon davon, eigentlich brauchst du vorne noch gut zwei gehen vielleicht, dann kommt ein neuer, dann hast du einen Platz gewonnen. Aber Marvin, ich bin da voll bei dir. Das Problem ist mit, wenn ich mir so jemanden angucke wie einen Barkok, der ist, also, ich habe mich sehr viel über Barkok halt auch wieder in der letzten Saison geärgert. Das ist aber auch erst 23. Das ist schon verrückt. Ist ja auch ein solider Kerl, hat technisch ja was drauf. Aber es sind einfach so viele Situationen, in denen ich einfach denke, oh Mann, das ist nach hinten Defensivarbeit, einfach doch teilweise zu wenig zu kopflos. Ein Spieler, der, wenn du ihn für gutes Geld verkaufen könntest, eine Position, die ich jetzt irgendwie verschmerzen könnte. Ihr habt die anderen Spieler, wenn du dir anguckst, ein Steven Zuber ist für mich auch jemand gewesen, der auch in der letzten Saison immer schon mal, wenn er eingewechselt wurde, gute Ansätze gezeigt hat. Reicht das so einem Spieler oder kannst du ihn jetzt auf diesem Hype der EM eben super auch verkaufen, dass du sagst, oh, 29, kann er jetzt nochmal eine coole Station machen. Das sind Spieler, da wirst du jetzt nicht diesen riesen Leistungsabfall sehen und hättest trotzdem vielleicht ein paar Euro in der Kasse, die du vorher nicht eingerechnet hast, bloß ein paar Stellen, die eben frei werden. Salazar kann ich überhaupt nicht einschätzen, muss ich tatsächlich sagen, ist das ein Spieler, der viel Spielzeit bekommt, hat ja solide gespielt, ist für mich auch auf jeden Fall jemand, den ich gerne sehen würde. Trotzdem, die Position ist auch super krass umkämpft, gerade wenn du sagst, wo lasse ich ihn denn eigentlich spielen? Für mich auch so absolut gesetzt. Rode, muss man schauen, inwieweit er performen kann, so eine Doppel-Sechs, das hat uns ja eigentlich immer gut gefallen, könnte ich mir auch vorstellen, dass das in der Saison wieder stattfindet, nur ist dann wirklich Rode der Partner von So, der daneben spielt oder kriegt jemand anderes die Chance? Ist ein Super vielleicht sogar jemand, den du mal auf die Sechser-Position mitstellst oder ich kann es dir tatsächlich, Marvin, um deine Frage kurz zu beantworten, ich muss wirklich sagen, es gibt ein paar Positionen für mich, wo es mir nicht so sehr wehtun würde, wenn sie verkauft werden, ganz anders sieht das natürlich hier bei Junis und Kamada und bei so wirklichen Leistungsträgern aus, ich denke, es geht so ein bisschen darum, brauchen wir das Geld, um es eventuell einfach zum Löcherstopfen zu benutzen oder brauchen wir das Geld, um im Endeffekt in einer anderen Situation noch investieren zu können, ja, dann glaube ich, müssen so Spieler gehen, die gerade genannt wurden, wenn das nicht notwendig ist, würde ich tatsächlich gerne natürlich auch so Spieler wie Zuber und so weiter halten, und damit auch in diesem Dreierwettbewerb gut punkten. Ob das möglich ist, dafür blicke ich einfach auch bei dieser Finanzsituation viel zu wenig durch. Das ist schwierig. Ja, wie seht ihr das? Ich weiß es nicht, wer ist denn euer, wen würdet ihr denn hier noch gehen lassen oder was denkt ihr denn, inwieweit wir überhaupt, mit welchen Spielern wir fest in der Startelf spielen, von denen, die wir gerade genannt haben? Also wenn wir jetzt mal nur auf eher so zentrales Mittelfeld, Sechser, Achter, Zehner gucken, Ilshanka, Hasebe, für mich wichtige Backups, auch glaube ich, die auch durchaus mit der Rolle zufrieden sind, eben jetzt nicht immer stammt zu spielen, die du aber gut auch mal irgendwie einwechseln kannst, die vielleicht auch gerne mal, wenn Nodermann ist, mal ein Spiel von Anfang an bestreiten können, also die würde ich nicht abgeben. Anzouf führt für mich irgendwie auch keinen Weg dran vorbei, der war für mich in der letzten Saison ein sehr wichtiger Spieler auf dieser Achter, Sechser Position, der halt sowohl defensiv als auch so als Box-to-Box-Spieler gut funktioniert. Rode wäre jetzt keinen, den ich von Anfang an momentan aufstellen würde, aber trotzdem auch wichtig, ich glaube auch, dass der auch wenig Schwierigkeiten macht, wenn er nicht spielt. Salazar tue ich mich echt schwer, den einzuschätzen. Kamada wäre für mich tatsächlich der Spieler, der jetzt dann wahrscheinlich gehen wird. Jun, das hatten wir ja gerade eben schon gesprochen, würde dann dementsprechend bleiben, dann hättest du noch Lindström. Und dann schwanke ich so ein bisschen bei Barkok und Rustic, wobei, und ich kann es nicht an irgendwas jetzt konkret festmachen, aber ich hätte jetzt gesagt, auch klar, Testspiele sind so Muster ohne Wert, aber trotzdem, Rustic hat da halt jetzt auch Buden gemacht, er hat sich auch gut gezeigt, auch tatsächlich auf dieser Sechster-Position. Ich fand auch im letzten Jahr, ich glaube, das war gegen Hoffenheim, wo wir mit zwischenzeitlich mit Sow und Rustic auf der Sechs beziehungsweise Acht gespielt haben, ich fand das eine gute Variante, das hat gut funktioniert, ich fand die beiden harmonieren auch ganz gut. Ja, damit wäre Barkok für mich raus, tatsächlich. Ich finde es halt schwer, also Barkok ist auch, man wünscht sich das ja irgendwie immer, dass es klappt, also das tut mir so weh, einfach wieder drüber zu reden, muss der gehen, kann er es, kann er es hier schaffen oder nicht, weil das ist halt ein Frankfurter Jung so, ich will diese Geschichte, ich will, dass es klappt, aber irgendwie, man muss sich halt auch Gedanken machen, sein Vertrag läuft halt auch aus 2022. Ja, wenn du noch mal Geld machen kannst, dann jetzt. Ja, eben, das Ding ist, entweder du verlängerst oder du machst halt jetzt noch Geld, bevor du ihn ablösefrei gehen lässt, was halt auch schade wäre, weil er ist ja jetzt auch dann nicht so schlecht, dass man sagt, hey, ablösefrei ist auch egal, Hauptsache wir sind ihn los, das ist halt keinesfalls der Fall so. Das ist ein guter, der hat auch Talente, wir haben es ja auch immer wieder gesagt, die Ansätze sind da und wir haben ja auch viele Sachen, die uns an ihm gefallen oder was wir gerne sehen an ihm, einfach, dass er auch so ein Instinkt-Fußballer ist, dass er irgendwie so ein, Genau. Ja, so ein bisschen Straßenfußball-mäßig rüberkommt, was irgendwie auch seinen Charme hat und deswegen wird es mir halt wehtun, ihn auch ablösefrei gehen zu lassen, das ist halt irgendwie, aber ich finde, bei ihm drängt diese Frage jetzt so ein bisschen, wo geht der Weg hin? Also halt einfach wegen der Vertragssituation. Deswegen ist das für mich, glaube ich, auch so eine dringlichere Frage als Rustic, den man jetzt erst letztes Jahr geholt hat, beziehungsweise letzte Saison. Ja. Ja, ich finde es halt so schwer und auch, also ich weiß auch nicht, bei der Sechser-Position bin ich mir auch tatsächlich gar nicht so sicher. Also auf jeden Fall, So ist für mich gesetzt. Ja, da führt nichts dran vorbei. Dann bin ich aber auch nicht so sicher, ist Hasebe wirklich nur ein Backup, weil, sagen wir mal, Rode spielt neben So. Rode macht keinesfalls 34 Spiele plus Europa. Das kriegt der körperlich nicht hin. Und für mich, also ich habe tatsächlich irgendwie Rode und Hasebe als eine Person berechnet, einfach, dass die sich abwechseln irgendwie und sich halt so quasi, die sind beide ein bisschen älter, die sind, Rode ist verletzungsanfälliger als Hasebe, Hasebe ist dafür älter, dass die das so ein bisschen ausgleichen und sich halt abwechseln neben So. So. Ilse sehe ich halt tatsächlich nicht als Starter auf der Sechs, obwohl er es jetzt auch nicht so schlecht gemacht hat, wenn er gespielt hat zuletzt, aber ich sehe ich, wenn dann irgendwie auch eher so, als wenn mal jemand verletzt ist oder wenn mal als Einwechselspieler, wie auch immer. Ja, finde ich schwierig. Ich hätte halt auch tatsächlich irgendwie neben So, der so der Verbindungsspieler ist, gern so einen richtig geilen Sechser, der gesetzt ist, wo man sich nicht immer Gedanken machen muss. Haben wir halt derzeit nicht und ich glaube auch nicht, dass das Budget es noch zulässt, die Baustelle noch aufzumachen. Nee, wahrscheinlich nicht. Das ist halt im Mittelfeld eine wirklich verzwickte Situation. Dann habt ihr gesagt Zuber. Zuber ist für mich auch so eine Sache, der war ja als Kostetsch-Backup da. Jetzt hat man da auch noch Lenz, der ist ja auch auf der linken Seite irgendwie unterwegs. Ja, aber glaube ich auch ein bisschen defensiver als jetzt eher in der Offensive. Dann kommt es auch wieder aufs System an so ein bisschen. Es ist halt irgendwie, also ich, ja, ich habe jetzt geredet, habe aber tatsächlich nicht viel Neues dazu beigetragen. Es ist halt extrem schwer. Und Salazar habe ich auch gehört, ist wohl auch eher ein Verbindungsspieler als, der ist halt immer irgendwie überall. Der ist mal rechts, mal links, der bewegt sich auf dem Feld so ein bisschen, so ein bisschen, ja, frei, wie er das so möchte, interpretiert halt seine Rolle so ein bisschen, hat aber wohl dann auch dann manchmal defensiv so ein paar Nachlässigkeiten, weshalb ich den dann auch nicht als richtigen Sechser sehe. Also der ist wahrscheinlich dann eher so ein So-Typ so. Und zwei So's braucht man dann ja auch nicht. Ja, wobei So, ich glaube, ich glaube, auch im letzten Jahr schon auch in der Defensivarbeit ordentlich nochmal zugelegt hat. Ja, das schon. Aber ich würde ihm dann auch ungern dieses, also weißt du, wenn So dann quasi neben sich einen noch freieren Geist hat, dass er dann so viel auf die Defensive gehen muss, ich würde ihn ungern seine offensiven Fähigkeiten auch berauben. Also ich will ihm schon den Platz lassen, dass er so ein bisschen diese Achterposition schon fast spielt. Dass du so einen Abräumer wie ein Rode eben dabei hast, da bin ich auch dafür. Genau, aber so einen geilen Abräumer, der halt nicht, also weil jetzt momentan haben wir halt wie, also ich zumindest, sagt dann Rode und Hasebe sind für diese eine Position da und teilen sich die ein bisschen. Einfach aufgrund des Alters und der Verletzungsanfälligkeit. Hätte halt auch gern einfach einen Spieler, der das relativ konstant als Stammspieler durchspielen kann, ohne dass man halt quasi zwei Spieler bezahlen muss und so weiter und so fort. Das ist halt auch irgendwie ein Problem. Und dann könnte man sagen, okay, dann ist halt so ein Hasebe oder ein Rode einfach ein gutes Backup. Hat man halt nicht, hat man jetzt auch. Ich weiß, man hat das Budget nicht, aber wäre noch irgendwie für die Zukunft so ein Traum von mir, dass man da irgendwie so einen geilen Sechser hat, der, wo man aber auch wirklich sagt, der ist irgendwie nicht so beschränkt, sondern der, das war irgendwie Rode mal, so wo man gesagt hat, der ist technisch eigentlich so gut. Und mittlerweile ist das ja auch, das hat Basti, glaube ich, immer gesagt, irgendwie ist die Eintracht ihm so ein bisschen entwachsen, was ein gutes Zeichen für die Eintracht ist, was auch keinesfalls heißen soll, dass Rode schlecht ist, aber einfach, mittlerweile sind die Ansprüche halt irgendwie noch höher an so einen Kader. Ich höre da so ein bisschen raus, Patricia möchte ein Golo Kanté verpflichten. Ja, jetzt ist es raus. Ja, das wäre nicht so verkehrt. Das wäre genau das, was Patricia gerade beschrieben hat. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht gibt es halt eine andere Option. Ich meine, zuletzt wurde ja auch der andere der Thüram-Brüder, und zwar Kevren, haben wir bei der Eintracht in Verbindung gebracht. Der ist ja tatsächlich ein defensiver Mittelfeldspieler, der jetzt aktuell bei OSGC Nizza spielt und auch dort Stammspieler ist, also ordentliche Partien macht. Die Eintracht hat tatsächlich die Fühle nach ihm ausgestreckt. Das wäre ja aktuell wirklich eine interessante Position. Müsste man mal abwarten, ob sich das bewahrheitet. Klar ist, da müsste wirklich auch wieder Geld für locker gemacht werden. Ich sehe es tatsächlich so, dass ich glaube, dass auf der defensiven Mittelfeldposition wir auf jeden Fall so haben, was Patrice heute gesagt hat. Und wahrscheinlich uns vielleicht mit Rode und Salazar abwechseln. Ich glaube, Salazar drängt sich schon ein bisschen auf. Die beiden sehe ich da auf der Position. Ja, und offensiv gehe ich mit euch. Wahrscheinlich wird es für Barcock eng. Rustic kannst du aktuell nicht rauswerfen, und finde ich auch gut so, weil der komplett brennt. Und das ist auch mal echt, das muss man mal positiv sagen. Das ist wirklich jemand, der auch bei Testspielen gezeigt hat, der am Ende der vergangenen Saison gezeigt hat, dass er wirklich seinen Platz will. Der hat ja nicht rumgemosert. Der hat seine Chancen jetzt gesucht und er nutzt sie irgendwie auch. Und dementsprechend muss er in dieses Umfeld rein. Und am Ende würde ich beispielsweise sagen, dass Team Zuber, wenn wir ein gutes Angebot kommen, ihm da keine Steine in den Weg legen. Und dann hätten wir den Kader so ein bisschen dünner. Ich glaube, dass ein Illsanker beispielsweise immer noch ein geiler Backup ist. Auf jeden Fall. Aber wen nimmst du dann als Backup für einen Kostritsch, wenn der jetzt zum Beispiel wie im DFB-Pokal nicht spielt? Ne, Lenz natürlich. Also ich bleibe bei, also auch, das hat ja Dennis vollkommen richtig gesagt, natürlich ist Lenz der Defensivere von beiden. Aber Lenz hat auch schon sehr, sehr viele Spiele im linken Mittelfeld gemacht. Das ist genau, das wird genau der Spieler sein. Da gehe ich fest von aus. Alles andere würde mich auch wundern, auch mit der Zusage an Lenz. Also du kannst ja maximal sagen, jo, also, unter uns, Kostritsch kommt es nicht ganz vorbei. Aber wenn der Mann nicht kann, beispielsweise beim ersten Spiel und zwar beim Pokalspiel, da ist ja Kostritsch immer noch in seiner 500-Jahres-Sperre immer noch betroffen, da wird Lenz dann vielleicht derjenige sein, der schon gleich spielt. Also ich kann mir das dann tatsächlich vorstellen. Ja, und absolut, du kannst ja auch, falls nicht, auch einfach auf Viererkette umstellen und dann stellst du, wir hatten ja auch gesagt, wir haben auch noch Lindström, der auch linker Flügel schon gespielt hat und das auch zur Not mal machen kann. Du hast die Optionen halt natürlich, wenn der bleibt und nicht verliehen wird, was wir ja irgendwie vorhin auch irgendwie als eher unwahrscheinlich betitelt hatten, dass der halt wahrscheinlich doch eher bleibt, dann hat man die Optionen ja auch und dann sagst du, okay, dann ist halt Kostritsch nicht da, dann spielt Lenz das hinten links und vorne links macht es halt Lindström. Das ist ja auch noch eine Möglichkeit. Also ich glaube, da ist man flexibel genug. Man muss halt nur überlegen und schauen auch, wie sich die Personen da noch anbieten tatsächlich im Laufe der Saison. Dann haben wir uns aber jetzt im Großen und Ganzen drauf festgelegt, dass Barcock wahrscheinlich Streichkandidat ist, weil eben im letzten Jahr eben auch und Zubar, weil du wahrscheinlich gerade nach der EM auch Angebote mit entsprechendem Gegenwert bekommen würdest. Wäre verschmerzbar, die beiden wahrscheinlich dann, ja. Okay. Auch wenn, gehe ich voll mit Patrizia für Barcock, es wird einem halt einfach leid tun, aber das hat andere Gründe als unbedingt nur das fußballerische. Ja, also leid tun sicherlich, aber auf der anderen Seite, wie Patrizia auch zu Recht gesagt hat, ihn dann jetzt einfach nur wegen der Vergangenheit und weil es einem leid tun würde, dann im letzten Jahr vertragslos gehen zu lassen, ohne da jetzt nochmal irgendwie Geld mitzunehmen, gerade in der Saison, wo du wahrscheinlich einfach auch nicht so viel einnehmen wirst, wie in der normalen Saison, wäre halt auch fatal. Also da müssen halt auch dann die wirtschaftlichen Aspekte so ein bisschen mit berücksichtigt werden. Ist halt auch dummerweise einer aus der eigenen Jugend, also dummerweise, aber wenn man den dann auch gehen lässt, ist es auch wieder dieses Ding, hat man dann auch wieder nicht und das ist halt irgendwie schade, weil das sowieso schon selten passiert, dass das wirklich klappt und bei Barcock hat man halt so dieses Gefühl gehabt, dass das kann was werden und jetzt vor allem, als er nochmal zurückkam und da ist er furios gestartet. Ja, irgendwie schade, aber ihr habt halt schon recht, also man muss da sich jetzt halt langsam zeitnah überlegen, was man machen möchte und wenn Rustic halt sein Gegenpol ist und der gerade, also sein Kontrahent ist und der halt gerade stark aufspielt, was willst du machen? Ja, stimmt schon. Gut. Rustic hatten wir quasi ja schon besprochen, ist definitiv, wird niemals, nie verkauft, egal was ihr auf den Tisch legt, außer vielleicht bei 5,8 Milliarden, aber selbst dann eher nicht. Und dann haben wir noch diese ganze Verteidigungsnummer, linker Verteidiger, wahrscheinlich nominell, wenn, dann Lenz, rechter Verteidiger, Innenverteidiger. Wir haben in der Innenverteidigung nominell, Nicker, hinteregger, Tuter, Rechtsverteidiger-Position, aktuell, nominell gesehen, da Costa, Touré, Durm, wobei der auch links, ja, und Schendler. Was wäre denn da für euch noch so, entweder Streichkandidat oder vielleicht auch Baustellen-Position? Herr Dennis. Oh, ich hatte es befürchtet, ja. Also ich muss tatsächlich sagen, Marvin hat vorhin was Gutes gesagt, Danny da Costa brennt, ist auch jemand, der eigentlich von der Performance her auf rechts, das hoffentlich wieder an alte Zeiten heranrücken kann. Ja, ist natürlich so ein bisschen die Frage, du hast ja erst vor kurzem, glaube ich, mit Schendler verlängert, oder? Ist das nicht so gewesen? Hat er nicht bis Anno irgendwann, bis, ja, ja, genau, letzter Vertragsverlängerung war am 6.5.2021, das heißt, Schendler bleibt auf jeden Fall. Ja, dann haben wir noch den schönen Erik Durm, ja, mit dem, auf jeden Fall. Schendler, meinst du? Ja. Also ich denke mal, dass das, für mich ist Schendler als Identifikationsperson wahrscheinlich dann auch, ist ja auch in den Vertretungsregionen sehe ich immer, wenn du Junior Adler und so der ganze Quatsch, ich glaube, das ist so, als Identifikationsperson soll er bleiben, ich weiß nicht, was er an Gehalt verdient, es wird wahrscheinlich auch nicht mehr die Welt sein jetzt in der Vertragsverlängerung, weil er glaube ich sportlich uns jetzt nicht mehr so weiterhelfen kann, wie er das vor ein paar Jahren vielleicht konnte. Deshalb denke ich, dass er bleibt, aber vielleicht im Kader selbst nicht mehr so die große Rolle sportlich einnimmt. Bei Erik Durm sehe ich das ein bisschen, den könnte ich mir vorstellen, wenn es ein Angebot gibt, dass er vielleicht nochmal einen Abgang macht, weil für mich auf jeden Fall ein Touré der Bessere auf der Seite ist, wenn er wieder fit ist, er ist ja momentan immer noch verletzt, was ich hier sehe. Ja, ist auch noch. Oberschenkelverletzung, Rückkehr unbekannt, das ist natürlich auch eine tolle Aussage. Ne, keine Ahnung, also da muss man gucken, der natürlich auch die Innenverteidigerposition mit einnehmen kann. Das ist für mich auf jeden Fall jemand, den ich da halten würde. Wie gesagt, der Costa Lenz gerade erst gekommen, bleibt auf jeden Fall und ist auch für mich jemand, der da wichtig ist und die anderen sind glaube ich unstrittig, dass die bleiben müssen und performen müssen. Endika, Hinteregger, Tutor, ja, ansonsten die anderen zwei haben wir ja schon drüber gesprochen, leider noch nicht den Durchbruch geschafft und wahrscheinlich auch in dem Kader und in den Situationen schwierig, hier ein Fan Otto oder sonstiges dann Spielzeit zu geben in der Bundesliga. Also müssen wir gucken. Also ich denke, der Kader hier in der Abwehr, Abgänge, ja, wenn, wenn dann sehe ich hier Eric Durm vielleicht, der für Touré würdest du wahrscheinlich tendenziell mehr bekommen, ist natürlich auch ein Spieler, der oft bei Fans auch auf Kritik gestoßen ist, weil dann manchmal so, aber ich finde, er hat ein riesen, riesen Potenzial und hat es auch in vielen Fällen sehr gut gemacht. Also da würde ich doch eher zu tendieren, Touré beibehalten, weil er eben auch die Innenverteidigerposition noch einnehmen kann, nicht, dass es da dann wieder zu dünn besetzt ist. Ja, ich finde es auch, also ich bin eigentlich begeistert, wie gut die Defensive ist, wenn man so drüber nachdenkt, vor allem die Innenverteidigung, also Tutor hat sich ja auch irgendwie sofort gemacht und ich bin ganz froh, dass aktuell irgendwie die Indica-Gerüchte nicht so groß sind, außer ich habe was verpasst, dann lasst mich bitte in dem Glauben, dass es keine Gerüchte gibt, weil ich ertrage das gerade nicht. Okay. Aber Indica, Hinti, das ist also, ja, perfekt, Hinti hat gesagt, er bleibt und solange nicht den Hütter macht das alles gut. Ja, links, Lenz kam halt dazu, Kostic macht das ansonsten auch weiterhin immer gut und rechts bin ich eigentlich bei Dennis, also ich bin auch, ich weiß auch nicht warum, aber Touré hat bei mir so einen Stein im Brett, der ist irgendwie so, ich glaube immer noch, dass der einfach gutes Potenzial hat und wenn der, das ist auch der Körper, glaube ich, das Problem, der ist halt ständig verletzt und immer ist irgendwas und ich würde den halt gerne mal sehen, wenn er eine Zeit lang fit ist und sich da mal so ein bisschen zeigen kann, weil ich glaube wirklich, dass das was werden könnte und wie gesagt, dann, dass er flexibel auch noch Innenverteidigung zur Not machen könnte, ansonsten hat man noch Ilse und Hasebe, die das auch machen können. Also ich glaube, die Defensive ist auf keinen Fall ein Problem, wenn, dann muss man eher so ein bisschen aussortieren und dann würde ich auch so solide das eigentlich auch war von Durm, wahrscheinlich auch lieber Durm abgeben als Touré. Ja, stimme ich zu. Durm wird da, ja, wahrscheinlich eher nicht wechseln, aber ja, da hinten, also auf der Rechtsverteidigersituation oder Position wird es momentan echt eng, weil du mit Da Costa, Touré, Durm und Chandler echt vier Leute hast, die alle auch noch nicht so wirklich alt sind, also der Jüngste ist 25, der Älteste ist 31, mit Timothy Chandler, also das geht alles noch. Wahrscheinlich wirst du Timmy nie wieder abgeben, aber keine Ahnung, also ich glaube, da passiert noch ein bisschen was, weil wir jetzt mit Da Costa auf jeden Fall einen potenziellen Stammspieler wieder zurückgewonnen haben. Für mich ist die einzige Position, wo ich noch ein bisschen Schwierigkeiten sehe, tatsächlich die Innenverteidigerposition, weil ich schon denke, dass wir mit Hinterärgern, Dieker und auch Tutor drei gute haben, zwei sehr, sehr gute und einen guten mit Tutor. Ich weiß aber nicht, ob Tutor die seine zweite Saison so bestätigen kann, da wäre mir so ein erfahrener Landsmann oder auch ein anderer Fahrensmann, egal woher er da kommt, sehr, sehr lieb. Also irgendwie so einen schönen 32-Jährigen, geile Erfahrung, irgendwie ein richtig geiler Typ, wäre mir ja sehr, sehr lieb. Den kann ich mir aber nicht zaubern. Bitte? Das ist bei mir echt komplett anders. Also ich bin irgendwie so, also ich finde die Entwicklung gut, die Tutor gemacht hat und ich glaube auch, der entwickelt sich weiter. Also ich glaube tatsächlich nicht, dass das irgendwie so ein One-Hit-Wonder-mäßiges war, sondern ich habe da tatsächlich ein gewisses Vertrauen, würde ihm da auch die Chance geben und ich habe auf jeden Fall lieber einen jungen, entwicklungsfähigen Tutor da, als irgendwie sich jetzt so einen 32-Jährigen zu holen, wo man weiß, der macht jetzt noch zwei Jahre, die wahrscheinlich gut sind, solide zumindest und da hätte ich irgendwie tatsächlich, bin ich auch bei ganz anderen. Bei mir ist es ganz anders irgendwie. Ja, aber auch da, ich... Sicherheitsnetz hast du doch mit Ilsanke und Hasebe eigentlich, das, was du brauchst, dass die das schon mal für ein paar Spiele machen können, wenn jetzt Tutor wirklich mal, also verletzen hoffentlich nicht, aber wenn er jetzt mal wirklich in einem Formtief für zwei, drei Spiele nicht spielt, nicht die Performance bringt und mal eine Pause braucht, finde ich schon, dass du mit Hasebe, gerade wenn du diese Fünferkette, wir wissen ja gar nicht, wie wir spielen, spielen wir Fünferkette, ich bin da auch so ein bisschen bei Marvin, ich habe da auch noch so ein bisschen Bauchkrummeln, was aber in der ersten Linie halt eben auch damit zusammenhängt mit der Frage, welches System, weil wenn wir halt eben mit einer Fünfer- beziehungsweise Dreierkette spielen, sind es schon für mich die drei Stammspieler mit Indika, Hinteregger und Tutor, aber du musst halt auch bedenken, wir haben wahrscheinlich gerade auch jetzt am Anfang dann durch Europa League relativ viele englische Wochen, je nachdem wie hoch und wie pressingintensiv wir da halt auch spielen, hast du halt auch sehr viel Laufarbeit, die da verrichtet werden muss, da hätte ich halt schon gern nochmal einen irgendwie, wo du halt auch mal gut irgendwie rotieren kannst. Aber ich denke mir, dafür sind die doch jung, also Indika und Tutor sind bestimmt, also die haben ja, klar, Belastungssteuerung und so weiter und so fort, aber dafür haben wir dann sogar Ilse und Hasebe, die das beide machen könnten. Ja, aber stimmt, du hast recht, aber ich sag mal so, meine erste Ausstellung ist mit Indika, Tutor und Hinteregger, das sind die drei Spiele und wenn sich da einer wirklich verletzt und der andere ist nochmal gelb gesperrt und sowas, dann hast du, das ist, ja, ja, ich verstehe das, also Hasebe, auf jeden Fall gehe ich mit, ich will aber jemanden, deren, also ehrlich gesagt, wenn ich es mal aussuchen würde, aussuchen könnte, hätte ich Bock, nicht auf den Jungen, weil du hast mit Indika und Tutor halt zwei Junge, die weiter ausgebaut werden, da noch mehr geht, wer weiß, wie lange wir Indika noch haben, aber so einen geilen, alten, 32-jährigen Spieler, ich kann jetzt absolut verstehen, dass du dagegen bist oder das anders siehst, auch alles vollkommen in Ordnung, für mich wäre das halt so ein bisschen die Wunschvorstellung, so ein richtig, so weißt du, so aus dem, aus dem Bereich Jérôme Boateng so, natürlich ist das eine Nummer zu hoch, aber wenn du so einen hättest, der will natürlich auch noch spielen, also den bekommst du nicht, das ist natürlich eine Nummer viel zu krass, aber wenn du so eine Kategorie drunter hast, wo du sagst, ey, der wird noch seine Spiele machen, aber gleichzeitig kann er dementsprechend noch andere Leute anleiten, anleiten, so ein, keine Ahnung, aktuell so ein Benatia beispielsweise, der bei Bayern gespielt hat, der ist auch schon ein bisschen älter, aber der ist vielleicht gar nicht so verkehrt, also mir geht es nur um die Backup-Position, weil das die drei, meine Stammspieler sind, ein Hinteregger, ein Tutor, ein Dekar, da geht nichts dran vorbei, aber wir haben drei Wettbewerbe und wenn wir wirklich in einem crunchy Wettbewerb sind und dann sehen wir plötzlich Scheiße, ein Dekar fällt aus oder Tutor hat irgendwie Rückenschmerzen für fünf Spiele, dann sieht es danach ein bisschen besser, schwieriger aus. Die müssen ja noch nicht mal ausfallen, es reicht ja auch schon irgendwie in einem Spiel blöd, irgendwie eine frühe gelbe Karte kassiert, es ist irgendwie eng, du musst noch irgendwie lange spielen, du musst viel laufen, dann halt auch jemanden haben, der halt auch einfach mal 70 Minuten durchrennen kann. Ja, Hasebe macht halt viel Geschwindigkeitsunterschied auch mit seiner Erfahrung und Positionierung weg, aber irgendwie weiß ich nicht, also ich würde mich wohler fühlen, wenn wir da, wie Marvin sagt, einfach noch so einen geilen Backup hinten dran haben. Aber ich finde es trotzdem gut, dass wir uns da mal nicht einig sind, liebe Leute, schreibt uns doch einfach mal bei Twitter, seid ihr eher dann auf Patrizias Seite, dass ihr sagt, nee, 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 wir haben da ja so ein paar junge Backups oder ein paar ältere, die wir eh schon haben, dann reicht das auch oder findet ihr das anders, dann schreibt uns doch einfach mal, ich glaube, das müssen wir ja nicht endgültig lösen heute. Oder wir müssen doch Kante verpflichten, da würde ich mich auf jeden Fall wohl mitfühlen. Ja, das ist auch tatsächlich, ich bin ja nicht komplett dagegen, wenn das jetzt passieren würde, wäre das natürlich, es ist immer gut, irgendwie zu viel zu haben als zu wenig. Ich mache mir halt tatsächlich nur Gedanken wegen, wir haben ja eben schon gesagt, der Kader ist ohnehin schon zu breit und du musst den irgendwie ein bisschen ausdünnen. Plus, finanziell ist das auch natürlich dann so eine Sache, du musst Gehälter bezahlen, du musst ablösen, eventuell bezahlen und das ist dann auch wieder eine Baustelle, die man aufmacht, die vielleicht gar nicht so sehr sich aufdrängt, vielleicht auch schon. Ich weiß nicht, das ist so ein bisschen dieses Wunschdenken, wie bei mir mit diesem Sechser war, wo ich denke, ich kann gut drauf verzichten, ich hätte es halt gerne, kann es aber auch, also ich komme auch ohne klar. Deswegen, also ich würde mich jetzt nicht wehren, wenn so ein Backup à la Marvin kommt, wie du es dir vorgestellt hast, so ein Paket, einfach so ein, so ein, ja, großer, guter Backup Innenverteidiger nehme ich, würde ich jetzt aber tatsächlich gar nicht so sehr forcieren. also nicht, 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 dass ich komplett dagegen bin, aber ja, ich, ja, es muss ja tatsächlich, müssen wir auch mal gucken, wie wir spielen, also wenn es tatsächlich am Ende wird es eine Viererkette und dann hast du eh nur zwei Innenverteidiger, dann ist es wieder eine ganz andere Geschichte, aber da man ja sowieso die Systeme so ein bisschen, ja, variabel gestalten wollte, vielleicht sehen wir ja auch beide Systeme mal, keine Ahnung, mal sehen. Ja gut, dann hast du halt auch immer noch diese Thematik mit Linksfuß, Rechtsfuß, ist dann wie die Frage, wenn du mit einer Zweierkette oder mit einer Viererkette dann spielst, ein dicker Hinteregger sind eigentlich dann schon so die beiden, die eigentlich die Nase irgendwie vornimmt, dann hast du halt wieder in der Innenverteidigung wieder zwei Linksfüße. Glasner ist nicht Hütter, vielleicht ist das gar kein Problem. Vielleicht nicht, vielleicht aber doch, who knows. Ja, ja, wer weiß. Eine Sache noch, dazu, man muss natürlich auch sagen, Tutor hätte wahrscheinlich niemals diese krasse Entwicklung genommen und diesen Entwicklungsschritt, er hat ja unglaublich viel Spielzeit bekommen, einfach aufgrund durch den Abgang von Abraham, das ist natürlich was. Erstens, klar, Marvin, da hast du schön was gesagt, wer weiß, ob er es bestätigen kann, man muss aber auch sagen, er kann sich nur weiterentwickeln, wenn er im Endeffekt auch mal Fehler machen darf, dann nicht gleich auf der Bank sitzt und im Endeffekt sich ein anderer reinsetzt und deshalb, also ich muss wirklich sagen, hier ist eine tolle Entwicklung da, die natürlich auch sich in einem krassen Marktwertsteigerung geäußert hat, muss man sagen, vertrauen wir einfach mal denen, die wir haben und hoffen einfach drauf und zur Not, wie vorhin auch schon gesagt, Touré wäre ja auch noch einer, der vielleicht dann in die Innenverteidigung rücken kann, gucken wir mal. Ja, 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 das muss man mal gucken. Verbunden mit der Frage, was ist unsere Baustelle, haben wir uns aber glaube ich jetzt schon so ein bisschen drauf geeinigt, dass wir gesagt haben, so Stürmer unbedingt und Innenverteidigung, auch wenn noch ein bisschen Geld übrig ist und uns da gerade so ein geiler Backup-Innenverteidiger über den Weg läuft, dann würden wir noch vielleicht mitnehmen. Ja, würde ich sagen. Und den Sechser hat man noch gesagt. Ja, aber ich glaube tatsächlich lieber ein Backup-Innenverteidiger als ein Sechser nur. Das ist so ein Traumdenken, wenn ich mir, wenn ich die Mannschaft jetzt nicht in der Breite oder nicht auf Lücken schließen gehen müsste, sondern auf so Qualität verbessern, würde ich vielleicht noch so einen richtig geilen Sechser, aber schon so einen richtig defensiven Sechser, der aber auch, ah ja, das hätte ich gern so Qualitätssteigerung mäßig, aber ja, drängt sich erstmal nicht auf. Drängt sich erstmal nicht auf und ist wahrscheinlich auch eine Position, wo du auch nochmal ordentlich Kohle hinlegen darfst. Leider ja, leider ja. Aber wenn wir gerade nochmal bei unserer Lücke waren, der Sturm, es gab doch dieses Gerücht um Kolomonianie und dass die Eintracht ja wohl schon ein Angebot unterbreitet hatte, was ja FC Nantes nicht so gut aufgenommen hat, weil die Eintracht sich ja wohl direkt mit dem Spieler verständigt hat, was man ja nicht darf, weil der noch Vertrag hat und so weiter und so fort. Und dann wollten die ja die Eintracht jetzt bei der FIFA verklagen oder so war das auf jeden Fall. Aber apropos dieser Spieler, wird mir tatsächlich sehr gut gefallen als Stürmer, einfach weil der ja wirklich das ist, was wir gesucht hatten. So einen größeren, der ist 1,87. Der scheint ziemlich schnell zu sein, wuchtig, ist sehr jung, 22 Jahre alt noch und hat halt auch schon erste Liga in Frankreich gespielt. Das ist jetzt nicht, dass man sagt, ach ja, der kommt irgendwie aus einer Liga, wo man nicht so genau weiß. Das ist schon in Ordnung so. Also ich, ja, und Marktwert sind laut Transfermarkt, also so ein bisschen nebulös, man weiß es nicht genau, 9 Millionen ist tatsächlich irgendwie ein Stürmer, der mir ganz gut gefallen würde für da vorne noch. Also der bringt diese Qualitäten mit, die aktuell noch so ein bisschen fehlen oder wo wir zumindest denken, dass sie fehlen. Man weiß ja nicht, wer sich da noch hervortut, Stichwort Ache oder so. Das wird auf jeden Fall eine sehr spannende Situation. Ich bin mal gespannt, wie es ist, wenn er aus Japan zurück ist. Ist er gerade Olympiamäßig da unterwegs, hat auch zwei Vorlagen bei seinem ersten Spiel gemacht gegen Südafrika. Es spielt da ein bisschen weiter zurückgezogen. André-Pierre Gignac, dieser wunderbar absurde Fußballer, wird 35 jetzt, ist ja seit Jahren früherer Nationalspieler, A-Nationalspieler und ist jetzt eigentlich seit Jahren in Mexiko unterwegs. Auch so ein typischer Lustfußballer bei Tigris, würde ich sagen. Ja, also richtig geiler Kicker. Früher bei Olympique Marseille gewesen und der spielt ganz, ganz weit vorne und wird dort beliefert von eben jenem Moani. Also richtig spannend. Geile Nummer. Ich würde mich echt freuen. Ich glaube, dass das dann wirklich erst nochmal heißer wird, wenn die ganze Sache mit Olympia in zweieinhalb oder zwei Wochen vorbei ist. Haben wir ja noch ein bisschen Zeit, aber allein die Tatsache, dass da wirklich die Eintracht die Fühle ausgestreckt hat, weil sonst würde es nicht diese Situation geben, dass er vielleicht sogar, dass die Situation vielleicht eskaliert mit dem Angebot. Also da scheint wirklich das Interesse zu sein. Ich hätte Bock drauf. Ja, vor allem Nort ist ja auch in keiner guten Situation so. Also sein Vertrag läuft ja dann auch nächsten Sommer aus. Also wenn sie Geld machen wollen, dann jetzt. Auch jetzt. Und der Spieler hat ja wohl schon abgelehnt, den Vertrag zu verlängern. Also der möchte ja auch irgendwie weiterziehen. Von daher, ja, klar, vielleicht müssen sie ja nicht unbedingt mit der Eintracht Geschäfte machen, falls sich noch jemand anders anbietet, was ich natürlich traurig fände. Aber sie sind ja auch unter gewissem Druck. Also es wäre ja auch, wenn schon Vereine Interesse haben und das ist offensichtlich ein großes Talent, ja, dann willst du ihn ja nicht ablösefrei gehen lassen. Von daher könnte das noch spannend werden und ich würde mich tatsächlich freuen, wenn der kommen würde, weil irgendwie ist das wirklich der Spielertyp, der passen könnte. Ja, in weitere spannende Verpflichtungen wäre das auf jeden Fall geil. Ja. Wie ist das denn bei Nort mit der finanziellen Situation? Sind die jetzt, weil die ja auch diese ganzen TV-Rechte-Dinge haben, brauchen die tatsächlich Kohle? Kann ich dir jetzt. Also kann ich dir persönlich nicht sagen. Alles wäre geraten. Ja, same. Ich bin da nicht so tief drin, aber ich weiß nicht, das wird doch bestimmt noch weiter Auswirkungen haben, inklusive, irgendwie braucht ja aktuell auch jeder Verein Kohle, weil Corona. Also das ist jetzt, glaube ich, da muss man es gar nicht von diesen TV-Geldern abhängig machen. Ich glaube, jeder Verein ist aktuell so, zumindest die Vereine, die jetzt nicht, keine Ahnung, sowieso schon steinreich sind, sind da schon nicht abgeneigt, irgendwie noch Werte zu generieren. Ja, du hattest ja letztes Jahr ja, also du warst zwischenzeitlich mal ziemlich gut dabei jetzt. Ich müsste mal gucken, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auch echt ein Verein ist, der momentan seine Probleme dementsprechend hat. Müssen wir mal gucken. Ja, also ich glaube, da gibt es auf jeden Fall eine Lösung. Die Patriots hat es ja vollkommen richtig gesagt, nächstes Jahr ist der Vertrag ausgelaufen. Ob das dann, ob dann kein Geld besser ist, zweifle ich. Aber die wollen natürlich auch abwarten, weil die natürlich auch gucken wollen. Genauso wie bei uns mit Ache. Kann der sich noch weiter ins Ramplicht spielen? Je mehr Tore der schießt, desto teurer wird er halt auf uns. Ja, das definitiv. Okay. Ja, hättet ihr denn noch weitere Kandidaten, die da irgendwie gerüchtet werden oder die ihr da in der engeren Wahl sehen würdet? Es war ja mal recht heiß, das Gerücht um, wie heißt der denn von Bremen? Sergeant. Aber ich glaube, das ist auch mittlerweile alles wieder abgeflacht. Er hatte nämlich auch, glaube ich, nur noch bis nächstes Jahr. Also, ich bin auch kein Fan von dem Transfer. Es war nur, das hatte ich relativ häufig gelesen, weil der, glaube ich, nächstes Jahr läuft der Vertrag aus. Spielt ja momentan auch, glaube ich, für Bremen jetzt in der zweiten Liga. Alter, die wollten 10 Millionen. Was ist denn los mit denen? Genau. Legen die da noch zwei Spieler bei und gibt da noch ein Learjet dazu, aber... Nee, das war einfach 10 Millionen. 10 Millionen, dann vergleiche ich das mal mit dem Moani-Marktwert von 9 Millionen. Was mache ich wohl? Naja. So ist es nämlich. Also, wie gesagt, gefällt mir auch Patrizias Lösung viel, viel besser und wie gesagt, das war so das Einzige, was noch mal zumindest in meiner Wahrnehmung relativ heiß gehandelt wurde. Ja, ja, das geisterte auch mal. Auch wenn der Preis natürlich viel, viel zu hoch war, ja. Es passiert halt da auch relativ viel auf dem Gerüchte-Markt natürlich. Also, das war eine Nummer, tatsächlich auch ein Spieler, der jetzt zuletzt bei... Und da er sich nicht durchsetzen konnte, bei Tottenham war, und zwar Vinicius, ausgeliehen von Benfica, ist der nächste. 18 Millionen, auch so marktwert. Wie gesagt, konnte er nicht großartig halten. Ist eine schwierige Kiste. Keine Ahnung, was bei Benfica momentan gerade los ist. Also, das wäre dann der abgebende Verein. Wie es da finanziell aussieht, die sind natürlich eigentlich vorne recht gut besetzt, dass ich nicht denke, dass sie den Zwingen bräuchten. Seferovic ist da ja ein regelmäßiger Scorer und Luka Waldschmidt halt ebenfalls, ne? Also, das sind halt zwei Spieler, die da, glaube ich, ein bisschen größeren Wert haben. I don't know. Es ist natürlich schon absurd, dass ein Harry Seferovic und Luka Waldschmidt, der Eintracht-Sturm, ja, der Eintracht-Sturm hier bei Benfica, keine Ahnung. Ich kann diese Thematik auch schwer bewerten, aber es ist momentan, wird natürlich, ist klar, dass die Eintracht sucht, ne? Und dementsprechend wird da viel gerüchtet. Gut. Weiter. Ja, nicht weiter, sondern tatsächlich nochmal einen Schritt zurück, weil das fand ich gerade eben noch eine wichtige Anmerkung, die da von, ich sehe jetzt hier nur den Twitter-Händel, Deli Ngui, dazu kam, nämlich die Frage nach, wie sieht es denn eigentlich mit Vorgaben für Europa-League-Kader aus, weil da gab es ja in der Vergangenheit auch Vorgaben mit so und so viel Spieler aus eigener Jugend etc., das würde dann natürlich auch dann wieder beeinflussen, wenn man zum Beispiel einen Barkok oder wen auch immer abgeben wollen würde, ob man die nicht für irgendwelche Kader-Vorgaben einfach nur deswegen in der Mannschaft auch braucht. Ja, wichtiger Punkt, ich glaube tatsächlich passt das noch so, wie es gerade ist, ich müsste mir mal ganz kurz den aktuellen Kader angucken, aber natürlich ist das eine Situation, die man mitdenken muss, das heißt, wenn du jetzt wirklich sagst, du verkaufst jemanden wie Barcok zum Beispiel, wenn du Barcok verkaufst, wenn du vielleicht einen Chandler wieder verkaufst, dann hast du tatsächlich schon ein paar Probleme, aktuell sind wir aber schon noch, glaube ich, safe, wenn ich das richtig sehe, also momentan passt noch, aber das muss man immer mitdenken, definitiv, ja, ich meine, wir haben natürlich jetzt, ich muss mal ganz kurz gucken, ja, ja, musst du mal schauen. Gerade nicht, was da die Vorgaben waren, ich weiß, in der Vergangenheit waren es immer. Aber jetzt geht es noch, ich weiß, dass es jetzt noch kein Problem ist, die Sache ist halt erst, wenn wir die Leute verkaufen, wir haben natürlich jetzt mit Findout die Euro-Rere beispielsweise, die könnte man dementsprechend dann auch nominieren, aber es ist natürlich immer so, du musst variieren. Genau, also von daher wichtige Anmerkungen und würde auf jeden Fall, oder müsste Berücksichtigung finden, formulieren wir es so. Ja, ich glaube, dann sind wir auch mit dem Kader-Thema jetzt erstmal durch, ausdünnen müsste man ihn sicherlich an der einen oder anderen Stelle, weil er doch relativ groß ist, auch mit Blick trotz dessen, dass wir viele, viele Spiele machen werden, aber relativ viele Spieler wollen eben natürlich auch spielen und werden dann vielleicht auch gar nicht so die Möglichkeit haben, also da wird es noch ein bisschen was passieren, aber das Transferfenster hat ja auch noch ein paar Tage, von daher kann man das, glaube ich, ganz entspannt noch irgendwie ansehen. Dann lass uns doch nochmal gucken, was da so Aktuelles noch bei der Eintracht passiert ist, bevor wir dann in Richtung der Empfehlungen abbiegen. Es gab ja in den letzten zwei Tagen so ein bisschen Diskussionen über die Frage der Fans für das letzte Testspiel gegen Saint-Étienne. Am Samstag um 15.30 Uhr gab ja erst irgendwie die Aussage nach dem Motto, es dürften 10.000 oder die Vereinbarung mit der Stadt und dem zuständigen Gesundheitsamts, dann waren ja die Inzidenzwerte in Frankfurt jetzt die letzten Tage dann doch so um die 35 beziehungsweise knapp drüber, weswegen man jetzt so die Befürchtung hatte, dass es nur 5.000 sind und hat dann mal mit dieser Karte das Wehleitenrechtliche Schritte eingewedelt und heute gab es ja dann die Bestätigung, dass der Inzidenzwert gesunken ist und dass es natürlich bei den 10.000 bleibt. hat jeder eine eigene Meinung davon, ob er das jetzt gut findet oder nicht, aber wir können auf jeden Fall festhalten, am Samstag beim letzten Testspiel haben wir zumindestens mal so einen Testballon, wo da eine gewisse Anzahl von Fans im Stadion sein werden. Ja, ich habe es ein bisschen anders noch mit, also vielleicht ist das dann auch, habe ich es vielleicht auch falsch verstanden, ich hatte es so verstanden, dass die Eintracht vom Gesundheitsamt einen Bescheid, einen rechtsverbindlichen Bescheid bekommen hatte, 10.000 Fans sind okay, war wohl irgendwann am 22. wenn ich es richtig verstanden habe. Darauf aufbauend haben die natürlich auch geplant und alles eingerichtet, dann kam das Sozialministerium und hat gesagt, nee, 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 das habt ihr alles falsch verstanden, das sind auf jeden Fall nur 5.000, wenn es über 35 sind, die Auslegung ist falsch. Daraufhin hat natürlich die Eintracht gesagt, hier Leute, wollt ihr uns verarschen, hier ist ein rechtsverbindlicher Bescheid, dann gehen wir da eben mit vor Gericht, einstweilige Verfügung und so weiter und jetzt hat ja im Endeffekt das Sozialministerium nicht gesagt, das ist, ja, was weiß ich, das war jetzt ein Fehler, sondern wieder nur gesagt, ja, wir haben das ja nur als Empfehlung gemeint, alles über 35, dann als Gesundheitsamt hat immer das letzte Wort so ungefähr, war ja jetzt so der aktuelle Stand und die Eintracht jetzt nach den aktuellen Inzidenzzahlen ja sogar 25.000 wieder ins Stadion lassen dürfte, aber auf die 10.000 weiterhin sich sozusagen bezieht, weil sie sagen, wir haben den Bescheid über 10.000 nicht, dass dann mit dem Gesundheitsamt da jetzt wieder Probleme sind und die dann davon abrücken, sondern es liegt wohl dieser Bescheid von vor, knapp einer Woche vor und damit hat jetzt jeder gearbeitet, was ja eigentlich auch und das so habe ich es zumindest verstanden, Marvin, Patricia, keine Ahnung oder René, ob du auch noch irgendwas hattest, das sind natürlich Punkte, wo man sagt, wenn das wirklich so ist, warum da überhaupt diese ganze Diskussion außenrum war, wenn die Situation eigentlich so klar war, ist natürlich in gewisser Hinsicht wieder etwas ja für mich nicht nachvollziehbar, also dass dann die Zahlen ständig so hin und her gingen, aber vielleicht habe ich auch dafür dann wieder zu wenig mitbekommen oder ich sage mal die Sachen auch etwas falsch verstanden, vielleicht könnt ihr mich da nochmal aufklären, ob ich das so in dem Sinne richtig verstanden habe oder ob da noch was gefehlt hat an der ganzen Informationsgewalt. Nee, ist ja jetzt, also im Endeffekt, hast du ja jetzt gesagt, also ich glaube, wir brauchen das auch nicht alles aufrollen, schaut auf hessenschau.de nach, wenn es euch interessiert. Mach ich gerade. Also tatsächlich, ich meine, das ist so ein Hickhack die ganzen letzten Tage. Ja, also was soll ich dazu sagen, ich finde das teilweise sowieso befremdlich, ich kann viele Diskussionen verstehen, ich finde auch, wenn Leute geimpft sind, muss man sowieso auch eine Lösung finden für die Leute, die dann rein wollen, weil sie das auch gemacht haben, weil sie gesagt haben, proaktiv, ich lasse mich impfen, dann kann ich vielleicht wieder gewisse Dinge tun, darüber muss man nachdenken. Ja, Fakt ist, dass natürlich absurd ist, dass die Eintracht das an einem Spiel, ein Exempel statuieren will, was im Grunde eigentlich nur ein Testspiel ist, aber natürlich ist das vorbeugend darauf hin, was in zwei Wochen passieren soll oder in drei Wochen und zwar, dass die Eintracht auch wieder vor Fans im eigenen Stadion bei den Pflichtspielen spielen will und ich kann das schon nachvollziehen, aber der Hickhack wird weitergehen, aber Fakt ist, Vereine rechnen halt auch so ein bisschen wieder mit Einnahmen und es ist auch vollkommen verständlich, damit zu rechnen, insbesondere, wenn halt ein Verein wie die Eintracht aktiv daran mitwirkt, dass möglichst viele Menschen geimpft werden und das möglichst ein reibungsloser Ablauf garantiert wird in der Tatsache, dass du dann diese Impfung dann in dein Handy eintragen kannst, dann bekommst du ein Ticket und so weiter und so fort. Also man tut vereinseitig extrem viel dafür, dass das läuft, man mobilisiert, man will das vertrauen, was man in der Bevölkerung hat, im Gegensatz vielleicht zu einer Regierung oder einer Politik, die vielleicht nicht ganz so viel Vertrauen genießt, will man das dementsprechend auch nutzen, aber gleichzeitig halt auch den Benefit dafür haben, dass man sagt, ja Leute, wir arbeiten so viel, aber dann müsst ihr uns auch entgegenkommen, das kann ich nachvollziehen, wie die konkrete Bewertung ist ja, keine Ahnung, also ich kann, ich finde es auf jeden Fall gut, dass es jetzt 10.000 sind, wir sind gespannt, was damit passiert und, aber leider wird das Thema uns noch eine ganze Weile verfolgen, da gehe ich vor. Oh ja, das befürchte ich auch, das, da wird es noch einige Vor- und Zurückschritte geben, was dieses Zuschauerthema angeht, aber schauen wir mal, auf jeden Fall können wir am Samstag ein Testspiel verfolgen, entweder eben, wenn man zu den 10.000 gehört oder auch im Fernsehen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das Spiel ja auch im hessischen Rundfunk zu sehen. Ja, ist im hessischen Rundfunk und bei hessenschau.de und Just Truly wird als Gastkommentator dabei sein und entsprechend lohnt sich vielleicht die Tatsache, dass man dann vielleicht mal reinschaut und mal guckt und den einen oder anderen schwarz in den Kommentar von mir ertragen muss. Bist du nur zu sehen oder bist du auch zu hören? Ja, sowohl als auch, also sowohl werde ich zu sehen sein in den Halbzeitpausen, also in der Halbzeitpause und danach wahrscheinlich auch, müssen wir mal gucken, aber auf jeden Fall dann in den 90 Minuten werde ich dann hoffentlich dann auch nicht zu sehen sein und nur zu hören sein. Ich glaube, es sieht nicht so cool aus, wenn ich spreche. Genau, also das wird auf jeden Fall der Fall sein und wenn ihr Fragen habt zu, beziehungsweise für den Herr Krösche, das habe ich ja bei Fußball 2000 schon gesagt, dann schreibt uns unter die letzte Folge, weil ein paar Fragen werde ich nämlich auch sogar mitnehmen, denn es ist geplant, dass vielleicht ein kleiner Dialog sogar möglich ist und dann kann ich Ihnen ja ein paar schlaue Fragen stellen. Also schreibt mal unter die letzte Folge bei Fußball 2000, welche Frage euch unter Nägeln brennt und dann läuft das. So. Sehr schön, also. Hausaufgabe für Samstag ist das Eintracht-Spiel bei hessenschau zu gucken und den Marvin dort kommentierend zu erleben. Genau. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, und dann haben wir hier noch ein zweites Thema stehen bei aktuelles, das hat Marvin da auch reingeschrieben und zwar hat die Eintracht einen neuen, ich glaube sogar Premium-Partner, nicht? Yes, ein neuer Premium-Partner. Ich würde sagen, das behandeln wir jetzt nur mal ganz kurz, um euch dafür zu sensibilisieren. Ich glaube, wir haben jetzt schon bald 23 Uhr, das in dieser Gänze nochmal zu machen, aber also Badway ist der neue Sportwetten-Partner der Eintracht und natürlich Sportwetten, da ist jetzt der Basti jetzt nicht hier, der ein großer Freund der Sportwetten ist und dementsprechend auch innige Partnerbeziehungen aber mit dem Konkurrenten hat. Es ist natürlich so, dass man trotzdem darüber nachdenken muss, ob das so eine astreine Sache ist. Die Eintracht kann natürlich machen, was sie wollen. Tatsächlich ist da ja aber auch ein anderer Gambling-Aspekt noch dabei. So Online-Glücksspiele, da haben durchaus ja auch einen suchtbehafteten Charakter, wenn ich mir überlege, dass Bier ja beispielsweise nur alkoholfreies Bier beworben kann, natürlich ist das auch ein bisschen absurd, aber es ist nicht so ganz so ohne. Ich glaube, wir können das in der nächsten Woche vielleicht nochmal aufrollen. Ich wollte das erst nochmal für euch sensibilisieren, weil es ist natürlich so, klar, es gibt viele Sponsoren und die tun der Eintracht auch gut, aber man muss ja auch nicht alles, wie soll ich sagen, unkritisch abnicken. Ja gut, dann nehmen wir das einfach nochmal für nächste Woche auf die Liste und gucken dann da nochmal ein bisschen detaillierter drauf. Gut, und dann haben wir noch einen letzten großen Blog, da geht es nämlich dann um die Empfehlungen, aber die Patricia muss jetzt ganz eilig weg, von daher sagen wir da in die Richtung schon mal Tschüss und danke. Tschüss. Tschüss. Viel Spaß noch und bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Tschüss. Dann haben wir jetzt noch den Blog der Empfehlungen und der Benedikt hatte es ja zwischenzeitlich schon in den Chat geschrieben und hatte gefragt, ob ich nochmal so kurz auch was zu dieser ganzen Hochwasserthematik sagen kann und das passt jetzt irgendwie ganz gut in diesen Empfehlungsblog dort auch so ein Stück weit mit rein. Ja, vielleicht ganz kurz einmal um die Situation so ein bisschen zusammenzugreifen. Der eine oder andere hatte mich auf Twitter auch schon angeschrieben, weil er eben das auch mitbekommen hat. Ich wohne hier geografisch gesehen quasi mitten in diesem Hochwassergebiet, bin allerdings in dieser extrem komfortablen Situation, dass wir auf dem Berg wohnen und bei uns deswegen nichts an Schäden irgendwie aufgetreten ist und bei uns sogar im Gegenteil relativ heile Welt hier auf dem Dorf ist. Aber egal in welche Richtung ich quasi hier rausfahre, halt minimales bis größeres Chaos quasi rundherum herrscht. also entweder sind es halt nur die Markierungen für Wasser und Schlammstände an den Häusern und auf den Straßen oder halt eben komplette Zerstörung je nachdem in welche Richtung es eben geht. Ja und dementsprechend war ich auch in den letzten Wochen so ein bisschen sehr damit beschäftigt hier ja so ein bisschen Hilfestellung zu leisten und was wir einfach feststellen ist die Leute sind jetzt sehr stark beschäftigt mit Aufräumen und brauchen dort eben zum einen Unterstützung durch Hilfe vor Ort die hier glaube ich sehr gut organisiert wird kommen aber auch in die Situation dass sie ja finanzielle Unterstützung brauchen weil Handwerker bezahlt werden müssen weil ja Baumaterial benötigt wird und das alles halt eben ja ja einfach schwierig zu bekommen ist und deswegen habe ich mal so ein bisschen spendentechnisch was rausgesucht da muss man leider auch aufpassen auch das durfte man leider jetzt in der Vergangenheit feststellen dass diese ganzen Spendenthematiken natürlich jetzt auch dazu geführt haben dass der eine oder andere der jetzt vielleicht nicht so seriös ist was so Spenden angeht sich da schon irgendwie rumgemausert hat von irgendwelchen Fake-Angeboten für irgendwelche Trocknungsgeräte die es jetzt irgendwie braucht unglaublich bis hin zu tatsächlich was ich jetzt gelesen habe Menschen die sich quasi als ja Polizisten oder Mitarbeiter der Stadt ausgeben und an die Haustür gehen und sagen sie möchten den Leuten helfen beim Ausfüllen dieser Soforthilfeanträge um von den Leuten persönliche Daten und irgendwelche Kontodaten abzugreifen um dann quasi den Kram für sich selbst irgendwie einzukassen passieren also total absurd ist unglaublich ist wirklich unglaublich ja und von daher sollte man das lockt natürlich das lockt da muss man umso umso vorsichtig gerade wenn man natürlich in so einer total chaotischen Situation ist das nutzen die Leute aus das ist natürlich fürchterlich das ist ja nicht nur die Leute sondern tatsächlich auch Organisationen es ist halt auch so dass leider auch so ist dass das relativ schnell auch diese ganzen Querdenker auf den Plan gerufen haben die natürlich so ein Stück weit ausgenutzt haben dass offizielle Hilfskräfte vielleicht nicht in dem Maße vor Ort sein können was zum einen vielleicht daran liegt dass sie eben auch erstmal andere Aufgaben wahrnehmen müssen wie zum Beispiel eben das Herstellen von einer gewissen gewissen Maß an Infrastruktur beziehungsweise eben auch dafür zu sorgen dass jetzt nicht erneute Dinge da auftreten eben zu gucken dass Bachläufe Abflüsse und so weiter frei sind dass wenn es jetzt wieder anfängt zu regnen eben das Wasser wieder kontrolliert ablaufen kann und dann vielleicht eben nicht irgendwie vor Ort in einem Dorf sind und sich dann halt quasi dort versucht haben so ein bisschen zu organisieren und so ein bisschen als ich nenne es jetzt mal Retter in der Not aufzuspielen um da halt das Ganze auch für sich zu nutzen um so ein bisschen Publik zu machen oder so ein bisschen Stimmung zu machen für gegen eben offizielle Institutionen und so weiter also da passiert halt auch viel Schindluder was das Ganze angeht deswegen muss man so ein bisschen vorsichtig sein wo man Spenden irgendwie hingibt oder halt eben auch nicht ich habe mal exemplarisch drei Sachen hier raus gesucht wo ich glaube dass es Sinn macht oder wo man zumindest nicht viel falsch macht das ist einmal das Spendenkonto tatsächlich des Kreis Ahrweiler den es eben sehr stark getroffen hat es wird direkt vom Kreis dort gemacht die auch schon relativ schnell auch recht unbürokratisch direkt irgendwie Hilfezahlungen an die Leute ausgeschüttet haben wo ich glaube dass es durchaus Sinn macht und wo man wenig falsch machen kann dann gibt es das gleiche nochmal vom Land Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen ja auch an mehreren Stellen eben betroffen einmal Richtung Erfstadt aber eben auch bei uns hier an der Ecke wir sitzen ja quasi auf der einen Seite wir sitzen zwar in Nordrhein-Westfalen aber die Grenze zum Land Rheinland-Pfalz ist quasi fünf Minuten mit dem Auto weg also wir sitzen quasi so direkt an der Kante da kann man durchaus mal drauf gucken und das fand ich auch relativ cool es gibt eine Spendenaktion aus der YouTube und Twitch Community die ich auch als durchaus seriös einstufen würde weil eben die Akteure die sich entschieden haben diese Spendenaktion auf den Plan zu rufen eben nicht direkt betroffen sind aber eben hier aus der Region stammen hier Freunde Verwandte und so weiter haben von daher halt eben auch eine gewisse Nähe dazu haben und nicht einfach nur versuchen das zu nutzen um für sich jetzt irgendwie hier Werbung zu machen und haben dann eben quasi so eine Spendenaktion bei Better Place organisiert womit dann wieder andere Organisationen wie das Deutsche Rote Kreuz der Arbeiter Samariterbund etc. unterstützt werden Vorteil dabei ist dass Better Place eine gemeinnützige Vereinigung ist und somit auch Spendenquittungen ausstellen kann die man dann ja wiederum bei der Steuer einreichen kann kennen wir ja alle also das sind so drei Sachen die ich mal rausgesucht habe ich würde hier diese Plattform einfach nutzen wenn ich dort wieder Dinge mitkriege wo ich sage da macht es akut irgendwie Sinn wir hatten hier zum Beispiel Sachen wo jemand einen durch eine Behinderung einen gewissen Fahrzeugumbau brauchte sein Fahrzeug halt jetzt vollständig zerstört war so ein Fahrzeug Umbau ist halt eben kostspielig und nicht einfach zu bekommen das wären so Aktionen wo ich sage da macht es Sinn nochmal irgendwie individuell drauf zu gucken die würde ich dann hier vielleicht von einfach von Zeit zu Zeit nochmal einstreuen gut sehr gut langer Text ich hoffe es ist in Ordnung und ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema und deswegen sagte ich auch eingangs wir freuen uns über zunehmende Unterstützung von euch in unsere Richtung in diesem Jahr in dieser Saison aber jetzt aktuell wenn ihr es ermöglichen könnt brauchen einfach die Leute die in diesen Regionen sind einfach viel mehr finanzielle Unterstützung vielleicht mal als grobes Beispiel wir haben vor kurzem eine Terrasse bei uns hier gebaut und haben Konstruktionsholz gebraucht was man eben jetzt auch braucht wenn man vielleicht Häuser irgendwie haben will und dieses Unterkonstruktionsholz was quasi unter den Platten ist was man eben nicht sieht hat das Doppelte bis das Dreifache gekostet von dem Holz was oben drauf kommt wir wissen alle wie so Marktwirtschaft funktioniert Angebot und Nachfrage Angebot gibt es gerade relativ wenig die Nachfrage ist in den letzten Wochen durch diese Situation einfach extrem gestiegen das Zeug wird nicht günstiger das Zeug wird teurer Baumaterialien und so weiter ist ja sowieso ein Markt für sich momentan da sind die Preise ja eh gigantisch also die Leute können glaube ich alle jeden Euro momentan gut gebrauchen finde ich schön dass du es nochmal dargestellt hast und das Wichtige ist auch was wir hier immer sagen müssen jeden kann das jederzeit treffen die Wetterlage ist ja jetzt das hat jetzt mal die Region ganz krass getroffen ist aber keiner vor gewahrt dass wir nicht auch irgendwann mal in der Flutkatastrophe hier landen und dementsprechend dann freuen wir uns ja auch wenn wir geholfen bekommen dementsprechend immer wichtig dass man solidarisch versucht zu helfen wie man kann genau man muss halt auch dazu sagen gerade die Menschen die hier an der Ahr unten gewohnt haben du brauchst eben wenn du über einen normalen Wasserrohrbruch hinaus gehend eine Versicherung brauchst brauchst du halt eine sogenannte Elementarversicherung die haben nur die wenigsten dort unten weil sie wissentlich in einem Hochwassergebiet gewohnt haben nur mit dem Unterschied dass das Hochwasser eben jetzt fünf Meter mehr war als der letztmalige Höchststand 2016 dementsprechend hatten die Leute zwar Vorbereitung aber eben nicht für dieses Ausmaß und die meisten haben halt einfach keine Elementarversicherung weil sie sie von ihrer Versicherung nicht bekommen haben oder wenn sie sie bekommen hätten einen doch sehr hohen Betrag hätten bezahlen müssen den sich halt niemand leisten kann dementsprechend werden auch die wenigsten dort über irgendeine Versicherung irgendwas an Schaden ersetzt bekommen und müssen das entweder komplett alleine stemmen oder sind halt eben auf solche Spenden angewiesen so ist es ja also von daher habe ich euch hier mal drei Möglichkeiten gegeben ich behalte es mal so ein bisschen im Auge und wenn da noch was kommt oder wenn ich da noch Dinge für erwähnenswert halte dann werde ich sie hier wieder auffüllen so und dann haben wir hier zwar noch eine Empfehlung von Marvin der Marvin musste aber gerade eben ganz dringend weg von daher würde ich sagen behalten wir einfach mal seine Empfehlung hier zurück die ist mit Sicherheit auch nächste Woche noch gut damit wir dann hier auch noch was haben Dennis hast du denn noch was Empfehlungstechnisches ich denke mal wir wir belassen den Empfehlungsblock heute mal bei dem wichtigen Thema und da ergänze ich jetzt nichts mehr und wir heben das mal für die nächste Woche auf dann war das hiermit unsere erste Sendung in unserer 13. Saison in der Saison 21-22 das bedeutet auch dass wir ab jetzt wieder uns regelmäßiger mit dem Thema Eintracht und Fußball beschäftigen werden gerade auch weil wir ja in der nächsten Woche dann ein bisschen vorausschauen müssen auf das DFB-Pokalspiel gegen Waldorf Mannheim was dann da in anderthalb Wochen ansteht das heißt wir werden uns nächste Woche ganz konkret damit beschäftigen wie sieht eine Aufstellung aus wer ist der Ersatz für Philipp Kostic und wie hoch gewinnen wir hoffentlich dieses erste DFB-Pokalspiel das werden dann so die Themen in der nächsten Woche sein normalerweise würde ich euch jetzt eine schöne Restwoche und ein schönes Fußballwochenende wünschen das versuche ich jetzt auch hiermit mal je nachdem wo ihr gerade seid und uns zuhört genau da vielleicht noch der Hinweis wenn ihr euch am Wochenende gegen Fußballspielen entscheidet und vielleicht sogar dafür entscheidet Zeit aufzuwenden hier ins Ahrtal oder nach Nordrhein-Westfalen zu kommen um dort Leute zu unterstützen erkundigt euch mal auf den Seiten der jeweiligen Regionen was so nach Shuttlebussen aussieht ich habe das am Samstag hier selbst miterlebt wie das ist wenn die Leute versuchen alle mit ihrem Privatfahrzeug da runter zu fahren was dazu führt dass sämtliche Straßen und es gibt halt an vielen Stellen nicht mehr so viele komplett verstopft sind also von daher die Bitte wenn ihr euch gegen das Testspiel am Samstag und für Scheppen entscheidet dann guckt wo ihr einen Shuttlebus organisiert bekommt oder beziehungsweise wo Shuttlebusse organisiert werden schließt euch da an da wird es auch so ein bisschen organisiert und ja ansonsten wünschen wir euch trotzdem eine schöne Restwoche und hören uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder bis dahin macht's gut Tschö Tschö Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Ey, ey, ich kann das mal vor. Ey, 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 ich kann das mal vor.